Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 369. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter, Herr Marvin. Hallo, hallo. Der Herr Basti. Gude und Grüße. Und zurück aus dem Urlaub, der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. So, da sind wir wieder und müssen wieder über komische Fußballspiele sprechen oder wie die Bayern es nennen würden, 90 Minutes of Pressure, 90 Minutes of Pain. Oder? Auf jeden Fall. Goal, 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 goal. Da war dieses wunderbare Spiel an diesem Samstag und wir alle dachten so, ja, da geht was. Und vielleicht sind wir als Eintracht so ein bisschen das, der Sargnagel will ich jetzt nicht sagen, aber dieser Tropfen, der dieses Kovac-Schönes-Bayern-Fass so ein bisschen zum Überlaufen bringt. Und so kam es dann auch. Dass wir da aber nicht nur einen Tropfen reinwerfen, sondern gleich fünf. Das kam, glaube ich, so ein bisschen unerwartet. Selbst Basti war mit seinem 4-1-Tipp da so ein bisschen zurückhaltend. Also für mich war es im Endeffekt ganz gut, und es hat so ein bisschen den ersten guten Pass, will ich mal sagen, gegeben, dass wir das ganz, ganz wichtige DFB-Pokalspiel auf St. Pauli gewonnen haben. Also da haben wir uns dem größten Druck entledigt, das hatte ich ja davor auch gedacht, war für mich auch gefühlt so, weil dann hast du gegen die Bayern weniger Druck, du wusstest, okay, du überwindest den Pokal. Und jetzt schaust du mal gegen die extrem wackeligen Bayern, die schon in Bochum geschwommen sind, habe ich mir auch schon gedacht, dass da was möglich war. Aber dass es natürlich so abgeht, das würde ich auch, weiß Gott, nicht nur auf die rote Karte schieben, wenn ich ehrlich bin. Ja, wobei man schon sagen muss, dass die zu dieser Verwirrung auf der Bayern-Seite beigetragen haben, weil gerade am Anfang waren sie ja schon durchaus offensiv bemüht, würde ich es jetzt mal freundlich umschreiben wollen, wo ich auch gedacht habe, so uiuiui, die wollen es hier heute aber auch wissen. Nochmal so eine Nummer wie, wie gegen Bochum wollen die da jetzt nicht irgendwie fahren, sondern die wollen hier gleich irgendwie Gas geben. Da hatte ich schon so ein bisschen gedacht, okay, da haben sie sich jetzt doch irgendwie wieder gefangen. Aber ich glaube, diese Entscheidung, dann da Boateng vom Platz zu stellen, hat sie schon sehr in ihrem Konzept verwirrt. Ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe bei 3,90 auch die Frage gestellt. Ja, ich dachte mir, die kommt jetzt. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ihr versteht die wahrscheinlich auch direkt beim ersten Mal. Ich heiße ja nicht Enzo. Habt ihr euch geärgert oder gefreut, dass die Entscheidung nochmal geändert wurde? Also Elfmeter oder gelbe Karte oder rote Karte und Freistoß? Was nimmt man in 8 Minuten? Ich hatte ja jetzt schon, ich habe die 3,90 Folge heute Morgen schon angefangen zu hören. Die Frage hat aber Fußball 2000 auch schon gestellt. Ja, auch da habe ich es schon mitbekommen. Von daher hatte ich jetzt schon ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Stell dir jetzt nur noch die Frage, egal wer dich da fragt. Jedem, auf der Straße, egal wer dich fragt. Ich habe dich gefragt, ob du eine rote Karte nehmen würdest. Also, Sie haben sich bestimmt auch schon mal gedacht gemacht. Sie haben sich auch schon mal gedacht gemacht. Also, im ersten Moment habe ich mich geärgert und hätte lieber den Elfmeter gehabt. Okay. Dennis? Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch erst gedacht habe, gerade weil heute im modernen Fußball ja auch die Bayern, hätte ich zumindest erwartet, die Möglichkeit haben, diesen fehlenden Mann gut auszutaufen. Und habe noch gedacht, verdammt, so ein Elfmeter. Aber du hast natürlich, 8 Minuten, du hast es ja schon angesprochen, ist natürlich auch eine verdammt lange Zeit. Deshalb so die erste, warum wird denn das jetzt noch mal getauscht, war auch für mich erst mal so ein bisschen, ich hätte mich auch über den Elfmeter gefreut. Aber natürlich zwei, drei Minuten später dann auch gesehen, wow, es ist noch echt lange. Das kann vielleicht hinten wirklich von den Körnern her noch mal knapp werden bei den Bayern. Und habe mir da eher unsere Chancen ausgemalt, dass das natürlich vorher schon so toll entschieden wurde. Super Sache. Aber, wie gesagt, im ersten Moment schade, dass es keinen Elfmeter gab. Im zweiten Moment aber gedacht, so eine frühe rote Karte kann auch im Endeffekt hinten raus dann interessant werden. Ich glaube tatsächlich, dass die rote Karte für uns besser war. Ich glaube auch, dass es mehr Einfluss hat, als Marvin eben gesagt hat. Also, ich glaube tatsächlich, weil du hast am Anfang gesehen, ich habe am Anfang Schiss gehabt. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gesehen, okay, der Kovac hat sich dabei was tatsächlich gedacht. Der stellt Pavard gegen Kostic. Und da habe ich mir gedacht, die beiden werden sich hier bekriegen. Und als denn diese rote Karte war, musste das ja alles geändert werden. Kimmich ist aus dem Zentrum rausgekommen. Und musste dann gegen Kostic spielen, ist mit ihm überhaupt nicht zurechtgekommen. Kostic hat ein Riesenspiel gemacht. Und das hat die Bayern trotzdem so ein bisschen verwirrt. Und ich glaube, was dann dazu kam, René, ich habe es genauso gesehen wie du, die Bayern waren drin, die hatten Bock. Ich habe mir gedacht, na, das ist so ein merkwürdiges Spiel heute. Die Bayern werden, irgendwann wird einer durchrutschen, steht Thomas Müller da, steht 1-0. Boah, ich glaube, ich habe alles abgerissen. Also, da habe ich die ganze Zeit Schiss davor gehabt, diese Jubelfratze von Thomas Müller da zu sehen. Also, ich glaube, da wäre ich echt durch die Decke gegangen. Ja, aber das Ding, ich glaube, diese rote Karte hat dazu geführt, dass diese Aufgabe für die, ich glaube, nur eine intakte Bayern-Mannschaft hätte diese Aufgabe bewältigen können. Das heißt, ich glaube, die können so dieses Standgas, was die haben, weil die einfach diese Qualität haben. Ich glaube, egal wie sehr die sich untereinander anfacken oder vom Tränen abgefuckt sind, diese Qualität, die da ist, die reicht normalerweise trotzdem aus, um theoretisch Balleintrag zu gewinnen. Ich glaube aber, diese rote Karte hat die Aufgabe dann zu schwer gemacht. Und dafür ist diese Mannschaft, glaube ich, zu instabil gewesen. Und das war, glaube ich, deswegen können wir, glaube ich, im Nachhinein echt froh sein, dass das eine rote Karte war. Ja, das habe ich auch nicht behauptet, dass es nicht der Fall ist. Aber mir geht es halt darum, dass man auch die eigene Stärke der Mannschaft ein Stück weit sehen muss. Du hast auch am Anfang bei der Eintracht auch gemerkt, dass sie auch sofort präsent waren in der sechsten Minute. Das war gleich gefährlich. Das waren Spiele, wo beide Seiten eigentlich Tore hätten schießen können. Natürlich mit der roten Karte, schon relativ früh im Spiel. Dass das Ding dann zu uns wechseln kann, ist natürlich die richtige Sache. Aber wie du halt auch wieder richtig erwähnst, ja, aber intakte Mannschaften haben es auch schon geschafft. Und ich erinnere immer an dieses grauselige Spiel, dass selbst ein Tarnat ein Tor nicht dazu geführt hat, dass wir das Spiel gegen die Bayern mal verloren haben. Ja, ja, nee, das meine ich ja. Ich glaube tatsächlich, was diese rote Karte auch gemacht hat, weil die Bayern können ja trotzdem nicht sagen, das ist nur wegen der roten Karte, weil die waren ja dann im Defensivverbund trotzdem genug. Leute, du hast, wenn du eine rote Karte hast, ist es ja eher so, dass du Nachteile hast in der Offensive. Zu sagen, okay, man geht jetzt nicht mehr Vollgas nach vorne, aber hinten ändert sich eigentlich nichts. Deswegen hast du natürlich recht, dass die Eintracht dann im Spielverlauf einfach dann die Bayern auch niedergerannt hat. Einfach zu sagen, okay Leute, wir haben jetzt Bock, das zu machen. Und ich meine, wie gesagt, da waren ja noch genug Verteidiger da. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich trotzdem, dass die Bayern einfach in diesem Zustand, dass es für uns einfach ideal war, dass das diese Ausmaße annehmen konnte. Die Eintracht hätte wahrscheinlich auch irgendwie so Chancen gehabt, aber dass es dieses Ding wird, war das schon ganz gut. Deswegen war das für mich tatsächlich echt eine entscheidende Szene, weil es wirklich interessant war. Weil ich stand auch auf der Tribüne und war irgendwie, denke ich, na toll, Scheiße, jetzt gibt es keinen Elfmeter. Ja, und irgendwie mit zehn Mann, wer weiß, wir haben ja auch, Marvin hat es ja gesagt, wir kennen ja alle diese Spiele, dann weißt du ja nicht, ob es irgendwas ist. Aber ich glaube, im Nachhinein war diese rote Karte wichtiger, als man zu dem Zeitpunkt dachte. Deswegen nerve ich auch jeden mit dieser Frage, weil ich es tatsächlich sehr interessant finde, weil es beides Vor- und Nachteil hat. Und sich das ja auch mit der Minutenzahl ändert. Also ich glaube, die Frage beantwortest du in den 60. Minuten anders. Ja, das stimmt. Ja, definitiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es zu dem Zeitpunkt auch schon besser mit der roten Karte, weil es ein anderes Gefühl nochmal gibt. Er hat einen Elfmeter, der kann dann immer auch nochmal nicht reingehen. Ja, er geht da nicht reingehen. Aber du wusstest halt, und da ist eine gewisse Psychologie halt auch ein Stück weit dabei, weil du gemerkt hast, okay, die Bayern, die waren auch schon sehr, sehr wackelig gegen Bochum. Und da brodelst du die ganze Zeit schon. Und Salihamidzic war schon unzufrieden und hat komische Aussagen getätigt. Und dann merkst du, okay, jetzt kommt Kovac mit seinen Bayern nach Frankfurt. Und wir brauchen manchmal auch diese Momente, auch so eine rote Karte, die dann das ganze Ding entzünden können und diesen Abend zu einem magischen werden lassen. Und da hat es halt jetzt wieder extrem gut gepasst mit der roten Karte. Das wäre mit einem Elfmeter vielleicht gar nicht so passiert. Und du hast ja natürlich auch vollkommen recht, dass die Bayern, Wibandowski, der macht halt immer seine Tore. Das hat er ja dann später auch gemacht. Wir müssen auch mal ganz klar festhalten, die Eintracht war aber trotzdem erstmal gut, auf jeden Fall. Es gab aber immer noch eine Druckphase nach dem 2-1. Da hätte es auch sein können, okay, dass sie jetzt noch 2-2 machen. Aber dann muss man halt auch sagen, da kommt halt auch die Qualität der Frankfurter Eintracht hinzu, die immer bemüht ist, selbst nach dem 2-1 halt gleich wieder zu sagen, okay, jetzt geht es weiter. Und was ich dann ganz, ganz toll finde, nachdem wir es geschafft haben, in der zweiten Halbzeit die erste Halbzeit zu bestehen und dann nach der Halbzeitpause sofort wieder ranzugehen. Und wir wollten gleich die nächsten Tore machen. Und das ist eine Qualität. Und da muss ich halt auch die Frankfurter Eintracht mit ihren Spielern auch einfach loben. Wenn wir uns überlegen, wie viele Leute jetzt auch endlich mal wieder getroffen haben, dass ein Kostic, der, du hast ja schon angesprochen, ein megageiles Spiel gemacht hat. Meine Güte, was der gezeigt hat, auch in So, hat sich mit Toren eingefügt. Und wie gesagt, das ging ja dann immer noch weiter. Und für mich ist die zweite Halbzeit dann nochmal wirklich deutlich gewesen, wo du gesagt hast, okay, hier spielt auch die Mannschaft, die einfach das gerade ziemlich viel geiler findet. Ja, aber auch da, also man muss halt auch wirklich dazu sagen, und das fand ich auch gerade nochmal erwähnenswert bei dem, was Basti gerade eben gesagt hat, dass der Gegner, die Bayern, einfach auch in so einer Situation, gerade bei jeder Kleinigkeit, die halt gegen ihr Konzept läuft, halt sofort irgendwie in diesen Schmoll-Modus zurückkommen und irgendwie keinen Bock mehr haben, Fußball zu spielen. Also das hast du halt schon auch gemerkt. Du hast es schon gemerkt, dass die wirklich nicht viel verkraften gerade. Aber trotzdem reden wir, wenn wir über Bayern reden, trotzdem noch über ein extrem hohes Niveau. Das heißt, was Basti sagt, stimmt, ja, die Eintracht, ganz ehrlich, wir haben auch Eintracht-Mannschaften schon gehabt und ganz ehrlich, wenn die Eintracht so auch gespielt hat wie in Augsburg, hätte die Eintracht es tatsächlich geschafft, selbst gegen diese schmollenden Bayern noch zu verlieren mit zehn Mann. So ist es. Also das Ding ist, das ist kein Selbstläufer gewesen. Und das, was Marvin sagt, ist für mich der entscheidende Punkt. Nach dem 2-1 hat jeder gedacht, hm, weil zehn Mann hin und her, aber Lewandowski macht dieses Tor überragend übrigens, mal ganz kurz Zeit noch. Also vier Leute da irgendwie stehen lassen, das musst du auch erst mal schaffen. Das ist einfach ein Weltklasse-Stirm, machen uns nichts vor und der kann einfach trotzdem auch zwei, drei Tore schießen in so einem Spiel, egal wie es läuft. Ja, klar. Und dass die Eintracht so aus der zweiten Halbzeit gekommen ist, wie Marvin es gesagt hat, zu sagen, ey, Pam, nix gibt's. Diese Halbzeitansprache wahrscheinlich wieder von Hütter, was wir diese Saison schon oft besprochen haben, zu sagen, ganz ehrlich, die sind einer weniger, die sind angeschlagen. Das hat eine gewisse Brisanz. Denkt euch, wie viel den Fans, das bedeutet, bla bla bla. Dann kommt die Eintracht so raus und dann dieses Tor war ja auch mega. Dieser Ball gewinnt, Abraham erobert selber den Ball. Genau. Dost spielt den innerhalb von einer Millisekunde geistesgegenwärtig schon weiter. Der nimmt sowieso alle Bälle irgendwie direkt. Da können wir vielleicht später noch mal einzeln drüber sprechen. Leitet den weiter. Da kostet er mit einer Mega-Flanke und Abraham macht das Tor dann selber. Und dann hast du wirklich das Gefühl, ja, Pam, Alter, hier ist tatsächlich was drin, Leute. Weißt du, was das Geilste an diesem Tor war? Der Sky-Kommentator, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagt exakt 30 Sekunden davor, ja, und hier, da kostet er am Ball bislang noch mit keiner einzigen nennenswerten Offensivaktionen in diesem Spiel. Da haben wir auch gedacht, du, mein Freund, bist jetzt mal bitte ganz ruhig. Ja, gut, es war halt auch bis dahin so, dass Da Costa in den Offensivaktionen eher unglücklich war. Aber das ist dann halt auch das Glück, beziehungsweise nicht das Glück, sondern auch das Können von Da Costa, dass er es halt immer wieder probiert. Und dann geht das halt. Und was ich aber auch sagen muss, auch das 2-0 der Frankfurter Eintracht war herausragend. Ich muss auch mal sagen, dass die Eintracht hier einen perfekten Ball über Weitestrecken gespielt hat. Passt ja jetzt eben angedeutet, mit dem teilweise One-Touch-Fußball, die haben echt versucht, die Bayern hier auch ein bisschen auszuzaubern. Das ist kein Rumpelfußball gewesen, das ist erstklassiger Fußball vom Feinsten gewesen. Und das zeigt für mich halt, dass die Mannschaft halt auch diese Qualität einfach besitzt, die selbst ein 5-1 im gewissen Maße gegen die Bayern rechtfertigt. Ja, und das haben wir gegen Leverkusen schon gesehen ein bisschen. Also das hat sich ja tatsächlich angedeutet, dass wir das drin haben. Und das kam gegen die Bayern jetzt wieder. Wir müssen vielleicht zu späteren Zeitpunkten nochmal drüber sprechen, warum das nicht immer so ist. Das verwundert mich tatsächlich. Weil wenn du siehst, was da möglich ist mit dieser Mannschaft, dann liegt es vielleicht tatsächlich daran, dass wir trotzdem in diesem Konstrukt noch zu sehr von Einzelnen abhängen. Weil ich finde trotzdem, dass du gemerkt hast, okay, wenn Kostic fit ist, dann kannst du den quasi nicht ersetzen. Also das haben wir ja schon gesehen in Spielen, wo er nicht dabei war oder nicht so gut in Form war. Das ist für mich noch so ein kleines Rätsel, muss ich sagen. Wenn ich sehe, was die Eintracht gegen die Bayern abgerissen hat, wenn ich sehe, was die gegen Leverkusen abgerissen haben, dann ist das schon ein großes Gefälle in der Saison, anders als vielleicht in anderen Saisons. Aber können wir, wie gesagt, gleich nochmal besprechen, wenn wir so ein bisschen einen längeren Ausblick machen wollen. Was bei diesem Bayern-Spiel halt wirklich auch noch gut war, ist wirklich, und da müssen wir hier ein bisschen, nicht Abbitte leisten, aber wir müssen uns irgendwie bestätigt fühlen oder beziehungsweise erhört fühlen. Bei der Eintracht spielen auch Standardsituationen jetzt eine Rolle. Und das ist so wichtig. Weil selbst das 3-1, ganz ehrlich, ich stand beim 3-1, war ich mit Sicherheit noch nicht beruhigt. Egal ob 10 Mann, egal alles Mögliche. Das Ding kann immer noch 3-3 ausgehen. Dass dann einfach mal ein Dreckstor nach dem Eckball zählt halt auch. Das hatten wir ja wie lange nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Obwohl das doch jetzt eigentlich eine einstudierte Technik auch ist. Gerade bei Basti, weil du es sagst, eigentlich ist das genau diese Mittel, die wir lange gefordert haben. Nämlich endlich mal wie viele Folgen haben wir drüber gesprochen. Oh Gott, jeder Eckball wird eigentlich zum Konter für den Gegner. Der Hinterecker-Kopfball war ja im Endeffekt ähnlich. Haben wir den im Verlauf von den vorherigen Spielen ja auch immer schon mal gesehen. Ich glaube, es war sogar ein, einmal war er glaube ich ja auch schon vorher erfolgreich damit. Also eigentlich ein einstudiertes Manöver. Und das ist eigentlich das, was dann auch zeigt, wie daneben oder wie von der Rolle die Bayern dann waren und auch eventuell natürlich mit der roten Karte und so weiter, Spielstand oder Spielverlauf hat da sicherlich alles dazu beigetragen. Aber das darf eigentlich dann auch nicht passieren. Und ich denke auch, dass so Punkte, dann gerade so eine Standardsituation, die sehr vorausschaubar ist und eigentlich ja nur daran liegt, dass du die Mannschaft gut einstellen musst, gut stellen musst, die Spieler konzentriert sein müssen. Sowas ist glaube ich dann etwas, was natürlich für den Trainer am Ende dann auch den Ausschlag gegeben hat, dass die Mannschaft eben oder der Verein nicht weitermacht. Gerade dieser, gerade dieser Standardball von Hinteregger zum 4-1 fand ich oder auch das 5-1 am Ende. Gut, da ist dann die Luft komplett draußen gewesen. Aber so zusammenbrechen darfst du normalerweise als Mannschaft gar nicht. Sonst heißt es immer, okay, da stimmt es gar nicht mehr drin. Und die Bayern und Marvin, da fand ich auch sehr gut von dir am Anfang, gerade am Ende der ersten Halbzeit. Ich konnte zwar auf dem Handy-Display und bei dir steht in der Sonne nicht viel erkennen, aber da war schon viele Situationen dabei, wo ich gedacht habe, ach du Schande, jetzt ist tatsächlich, dass die Bayern sich nochmal aufgeschüttelt haben und ihre individuelle Klasse auch zeigen. Und das Lewandowski-Tor, ihr habt es alle schon gesagt, wow, ein Riesending und das kann natürlich passieren, dann wird es schnell unglücklich, dann wird es schnell hektisch. Aber gerade diese Moral ist eigentlich das, was genau das ist, was wir in den nächsten Spielen brauchen, dieses aggressive Anlaufen. Die Bayern haben auch eher dann das Mittelfeld fallen lassen. Das haben wir auch schön ausgenutzt. Wir haben dann auch nicht so sinnlos versucht mit irgendwelchen langen Bällen oder sonstiges, sondern wir haben diese Dinger sauber fertig gespielt. Wir wollten noch ein Tor machen und das ist doch eigentlich geil. Wir haben den Ball gehalten, wir haben schlau gespielt auch teilweise, dass du gesagt hast, nicht hektisch, sondern nochmal ein bisschen Querpass. Das kannte ich von der Eintracht ja so ewig nicht. Und dementsprechend muss man doch wirklich sagen, wir haben eigentlich gespielt, wie die Bayern das die ganzen Jahre immer gegen uns gemacht haben. Das ist ein ganz guter Punkt. Das stimmt mich dir vollkommen zu. Gerade das, was du jetzt im Mittelfeld auch angesprochen hast, ist genau der Punkt, wo man auch mal drauf gehen muss, wo man sagen muss, So hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Mir hat aber auch Rode mit seiner ultimativen Pissigkeit so gut gefallen. Er ist in jeden Zweikampf gegangen, der ist wie so ein Terrier, hat er sich rangewandt. Und gleichzeitig ist er einer der Spieler, der trotzdem eine ganz gute Ballbehandlung hat, aber auch gut die Pässe verteilt. Das war genau das, was die Bayern lustigerweise gebraucht hatten, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das Mittelfeld von denen ist erbärmlich gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was Coutinho überhaupt in dieser Mannschaft aktuell macht, ob der wirklich so viel Wert ist. Ja, also da hat überhaupt nichts gestimmt. Aber genau das ist es, dass wir uns zum einen nach dem 2-1 nicht komplett irgendwie verunsichern lassen. Da ist ganz klar, dass dann immer diese Unsicherheit drin ist. Aber dass wir es dann zeigen, nach dem 3-1 beziehungsweise nach der Halbzeit, dass die Bayern überhaupt nicht aufs 3-1 oder aufs 2-2 mal nicht gehen und dass wir stattdessen viel eher aufs 3-1 gehen, das war für mich die entscheidende Zeit direkt nach der Pause, wo ich dann gemerkt habe, okay, eigentlich, ich habe trotzdem bis, ehrlich gesagt, habe ich trotzdem bis 4-1 zu 4-1 Angst gehabt, wie das halt so ist. Natürlich, ich kenne das doch und am Ende spielen sie 4-4 oder so. Kennt man ja alles schon, aber die Mannschaft hat einfach viel, viel besser gespielt und wir haben so eine Tor-Guyline gehabt, dass du gesehen hast, ein Bastost wollte treffen und Pacienza hat niemals Ruhe gegeben, bis er sein verficktes Tor macht und das ist halt geil. Und dann auch noch aufgelegt von Silva, der ja dann in der 80. Minute dann auch eingewechselt wurde, was ja dann auch nochmal so die positive Botschaft für uns ist, zu sagen von wegen, okay, Verletzung ist dann jetzt auch so langsam durch, er saß auf der Bank, er wurde eingewechselt, wobei ich dann kurzzeitig Angst hatte, dass er sich dann da gleich mit Alaba prügelt, weil die sind ja dann auch irgendwie instantan ineinander geraten, dass er den dann auch noch da aussteigen lässt und das Tor dann für Paciencia da auflegt, war geil. Was fast wichtiger ist, als das Tor ist, dass er einfach laufen kann, ehrlich gesagt. Ja. Das war das, dass er reingekommen ist und das Hütter auch gesagt hat, er wollte unbedingt rein, also das hat er bei einem Interview von Hütter ja so gewirkt, als hätte Silva ihn gezwungen, ihn einzuwechseln, obwohl es ja eigentlich gar nicht nötig ist, aber Hütter hat ja gesagt, gut, ein bisschen Entlastung ist vielleicht gar nicht schlecht, aber alleine, dass er laufen kann, es beruhigt mich tatsächlich, weil ich wirklich befürchtet habe, den sehen wir nicht mehr so schnell wieder. Ja, die Befürchtung hatten wir alle. Wir hatten ja letzte Woche, Dennis, du warst nicht da, wir wissen ja, wie das ist, wenn die Eintracht solche Verletzungen so kommuniziert. Leider ja. Das ist eine Überraschung für mich gewesen, dass ich ihn dort gesehen habe, dass er dann noch ein Tor verbreitet, umso geiler. Das ist ein historisches Spiel, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo, wenn wir, keine Ahnung, nächstes Jahr auf die Saison zurückblicken, dann ist es einer dieser Spiele, so ein, keine Ahnung, irgendwelche Larry-Spiele vergisst du dann mal so, aber das ist so dieses, die 7-1 in Düsseldorf, 5-5 Torjovic, das wissen wir immer noch, das werden wir auf jeden Fall noch länger wissen, weil überlegt euch, wie lange wir an dieses Preußen 1-0 gedacht haben, als Preußen das ein Faradzeer macht, das sind so diese Spiele, das werden, das werden Tore sein und die sind jetzt Teil dessen, was Marvin gesagt hat, in so einem Nebensatz mit So, das ist auch sehr wichtig, weil der ist jetzt auch Teil dieser Erinnerung, er ist jetzt auch, für ihn auch das Gefühl zu sagen, okay, ich bin jetzt auch Teil dieser Euphorie, weil er war ja immer so ein bisschen, dann war drin, hat ein bisschen merkwürdig gespielt, hat sich immer wieder reingekämpft, aber so wirklich konnte man ihn ja nicht greifen, jetzt ist er tatsächlich Teil dieser Maschine und fühlt sich vielleicht auch so und das ist für mich, was ganz wichtig ist, weil das, Marvin hat das bei Rode schon gesagt, das würde ich für So genauso sagen, das sind zwei, die sind giftig, aber die können auch kicken, im Gegensatz zu Fernandes, aber den will ich ja auch noch explizit loben, gekämpft hat wie ein Schwein, also der war ja völlig verrückt, wie der da rumgelaufen ist, was der teilweise für Bälle abgift, wie giftig der in die Zweikämpfen ist und wenn du so eine Kombination hast von drei Mittelfeldspielern, wo einer nicht kicken kann und zwei können das und aber alle drei können kämpfen, das ist schon sehr, sehr gut, also das ist was, wo ich denke, boah geil, da habe ich Bock, irgendwie mehr Spiele zu sehen und wie wird das jetzt aussehen, wenn Rode und So und So sich einspielen, das ist schon geil, aber, und ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht können wir trotzdem nochmal diese ganze kleine Schleife machen, glaubt ihr, dass man aus diesem Spiel was ableiten kann, ich habe ein bisschen Angst, dass das trotzdem so ein Sonderspiel war, weil sich das, wir haben es gesagt, rote Karte, gute Stimmung, es ist gegen die Bayern, es ist gegen Kovac, du führst plötzlich 3-1, dann fällt dieses 4-1 rein, Bayern gibt sich so ein bisschen auf, dass das so ein Sonderspiel war vielleicht oder glaubt ihr, dass es jetzt, das ist, wo es hingeht, weil dafür könnt ihr zum Beispiel die ersten 30 Minuten in Leverkusen sprechen, dass man sagt, die Eintracht kann das, vielleicht kriegen wir das jetzt öfter auf die Straße oder, weil denkt an die zweite Halbzeit auf St. Pauli, da habe ich gedacht, so etwas habe ich ja noch nie gesehen, ein unfassbar schlechtes Spiel. Also ich glaube, das ist nur eine Mischung und zwar glaube ich, will ich ganz kurz noch was sagen, was mich auch bei dem Spiel mega beeindruckt hat, war die Tatsache, dass die Wechsel der Eintracht mega offensiv und geil waren. Das will ich ganz kurz noch einfügen, bevor wir dann genau zu diesem Ausblick kommen, denn wie absurd geil ist das, dass wir dann sagen, naja, 71. Minute, okay, die Bayern erstmal schön defensiv ausgewechselt, Müller raus, Javi, Martinez rein und wir, na gut, wir wechseln mal dann Rode aus und dafür bringen wir Gancinovic. Und dann in der 80. Na gut, jetzt fangen wir auch Fernandos raus und bringen wir Silva. Das sind für mich echt deutliche Zeichen von wegen, nee, wir haben noch nicht genug und das finde ich schon geil und da merke ich auch, dass Hütter so ein bisschen seinen Offensivstil nur weiter kultivieren will, aber zu deiner Frage kommen glaube ich, dass die Eintracht das Potenzial hat, genau solche Dinge wieder abzuliefern, aber einfach noch nicht die Konstanz und das hat ja Hütter auch schon mal gesagt, dass er sagt, wir können immer wieder diese Spiele spielen, aber wir schaffen es nicht auf die Dauer, ja, wir haben nicht zwei dieser Topspiele in einer Woche drin und man muss auch überlegen, die Belastung ist momentan schon enorm, aber Fakt ist aber, dass sie ist, gut, über Gladbach können wir sprechen, aber die Ziele dann ja trotzdem erreichen, also ich meine, sie haben gegen St. Pauli gewonnen, die zweite Halbzeit war echt, wow, die war nicht gut, die war anstrengend, die war nicht gut, du musst normalerweise denken, okay, wenn St. Pauli ein bisschen besser ist, dann machen die hier das 2-2 und dann hast du wieder eine ungünstige Situation, man muss aber auch dazu sagen, dass St. Pauli offensiv echt erbärmlich scheiße war, so, es ist halt dann auch einfach so, das war das Glück an dem Tag tatsächlich, genau, und vielleicht wissen das auch dann die Eintatsspieler, dann haben wir, okay, Scheiß drauf, das kriegen die jetzt auch echt nicht mehr gepackt, legen uns schlafen, der kann eh nichts mehr. Völlig errückt, I don't know, aber sie bekommen es halt hin und wir haben ja auch in der Euroleague, wie Gerhard Mareisch, war auch kein gutes Spiel und trotzdem haben sie 1-0 gewonnen, das heißt, Ergebnisse stimmen. Das ist vielleicht tatsächlich auch gar nicht schlecht, sondern vielleicht ist das auch eine Qualität, ich weiß es nicht, also, wir haben ja wirklich, und wir haben ja auch jetzt hier wirklich, wir haben bei Fußball 2000 auch oft drüber gesprochen und hier auch, dass wir das Gefühl hatten, so ein bisschen am Anfang der Saison schläft es ein, so ein bisschen, du weißt nicht genau, es fehlen so die Zuschauermomente, trotzdem Leute, haben diese Stürmer, die diese Büffelherde ersetzt haben, die wir so vermissen, mehr Tore geschossen zu dem Zeitpunkt, die Eintracht hat mehr Punkte als die Eintracht zum letzten Zeitpunkt, wo wir alle so euphorisiert waren, also eigentlich läuft alles gut, du hast halt nur diese Dinger drin, aber vielleicht ist das sogar ein Teil der Entwicklung, dass du halt sagst, okay, wir spielen das hier auf Paul jetzt, mit Sparflamme zu Ende, damit wir halt die Körner gegen Bayern haben, um das halt so auszutarieren, wenn Hitler sagt, und Hitler kann das wahrscheinlich besser einschätzen als wir, ich hoffe, dass es so ist, wir werden leichte Rechtszweifel erlaubt bleiben, weil ich, der Eintracht-Fan, wir bleiben immer skeptisch, ich weiß es nicht, weil, wie gesagt, ja, teilweise sind da noch so, ich hab, ich hab tatsächlich trotzdem Angst, dass wir, dass diese Breite, von der wir irgendwie so geschwärmt haben, dass die nur eigentlich nur im Mittelfeld da ist, also, dass wenn zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Kostic fällt länger aus, und einer von den großen Stürmern vorne, dass wir da echt ein Problem kriegen. Ja, ich find schon, dass das so ein paar Sachen sind, die du ja schon irgendwie gesehen hast, dass, wenn du die Nummer 1 Stürmer da vorne nicht hast, dann wird's halt auch schwierig, was die, was die Effizienz angeht, und was, wenn ich jetzt mal die beiden Spiele, Pauli, Bayern, ohne jetzt zu wissen, ob wirklich die Ansage von Hütter war, lass uns das Ding jetzt irgendwie auf Sparflame da durchbringen, ist meine Wahrnehmung schon eher, dass du auch sehr stark von diesen äußeren Faktoren abhängig bist. Gegen Bayern hast du viel, was dich von außen motiviert. In Pauli fand ich, war das schwierig, da hast du eben auch gemerkt, dass die Mannschaft da so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich aus sich selbst heraus da irgendwie wieder in diesen Fluss reinzubringen. Ja, das find ich nicht, ich find die erste Halbzeit war total dominant, das Problem ist eher, was ich in der zweiten Halbzeit sehe. Ja, da hörts halt irgendwann wieder auf, da ist dann so, sich wirklich über 90 Minuten aus eigener Kraft heraus zu motivieren, das seh ich halt momentan noch nicht. Aber das seh ich zum Beispiel gar nicht, ich seh bei Eintracht nicht, dass es an der Motivation fehlt, das ist so dieses, also ich seh da nicht, dass es an der Mannschaft sich hängen lässt, sondern das ist dann, da hakt es an anderen Dingen, da hakt es an Abstimmung und wir wissen halt tatsächlich nicht, ich glaub wir können es auch gar nicht mehr gründen, woher das dann kommt. Vielleicht gibt es wirklich die Ansage zu sagen, ey wir müssen das jetzt irgendwie runterspielen oder es verselbstständigt sich im Spiel oder es liegt halt daran, dass wir tatsächlich auch schon, guck mal, wir haben im Sommer echt einen großen Umbruch gehabt tatsächlich, wir haben alle drei Stürmer verloren, dann willst du dich irgendwie einspielen, dann kommen zwei späte Transfers dazu, dann verletzen diese zwei späten Transfers sich auch noch. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach auch teilweise zu ungeduldig sind. Und ich glaube, dass das faktisch gar nicht möglich ist, dass sich das so schnell einspielt, als dass das immer gut aussieht. Ich glaube einfach, dass die Eintracht sogar fast Suff hat momentan, dass das so gut läuft, trotz dieser Umbruchphase und diesem Verletzungspech. Ich glaube eigentlich, dass was gerade passiert, ist sehr, sehr positiv, nur sind wir einfach vielleicht tatsächlich innerlich noch zu sehr verwöhnt von der Spielweise oder sehen es teilweise, wie gut es sein könnte, wenn alles ineinander greift. Dass das aber nicht immer der Fall ist, ist glaube ich ganz normal. Ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen führen, dass diese Mannschaft auch viele Unwägbarkeiten hat, wie neu zusammengestellt zu sein, wie das die Eintracht auch anders wahrgenommen wird als Gegner, plus dieses, dass wir jetzt immer wieder Verletzte drin hatten und da waren Verletzte dabei, die will ich eigentlich nicht haben. Also wenn, stell dir mal vor, Dost, Silva und Kostic würden irgendwie längerfristig ausfallen. Ich glaube, das würde uns das Genick brechen. Das stimmt. Kann man Spielbetrieb eigentlich auch einstellen, ja. Also, naja gut, so nicht, aber da stimme ich dir halt vollkommen zu. Also ich glaube gerade, dass das ganz, ganz, ganz wichtige, essentielle Stellen sind, gerade mit Kostic mit den beiden Stürmern. Dann sieht es anders aus, aber ich glaube, wir leben, haben diesen Hype jetzt, jetzt sind wir ja gerade ein bisschen wie der M-Hype. Davor gab es diesen Hype jetzt nicht so in diesem Maße. Jetzt haben wir das so ein bisschen und jetzt müssen wir auch darauf reiten. Das tut den Spielern, glaube ich, auch gut und das überspielt so ein bisschen, was es überspielt zum Beispiel. Die absolut nervige Verletzung von Kevin Trapp und dann macht das halt auch ein Renau im Rahmen seiner Möglichkeiten echt sehr solide und hat ja jetzt auch gegen die beiden auch nicht so viel zu tun gehabt, aber er ist auf jeden Fall ein ganz guter Teute und das ist, ich meine ganz ehrlich, in der anderen Situation hätten wir ja viel mehr Angst, dass jetzt da der Renau steht und nicht Trapp, aber das passt momentan alles. Also das läuft, aber man muss halt sagen, zu viele Verletzte, gerade auf den sehr, sehr markanten Positionen können wir uns nicht erlauben. Deswegen, wir haben es schon mal gesagt und das ist gar nicht, das ist gar nicht böse, gemeint, wir lieben die Tatsache, dass Bas Dost, das hast du halt gegen St. Pauli gezeigt, dass wenn er da ist, wenn er fit ist, dass der eigentlich mal zwei Dinge einloggen kann, kann das Spiel einfach für sich entscheiden, ja, aber wir wissen auch, wenn die beiden vorne fehlen, Bas Dost und Silva, dass wir da eigentlich noch mehr brauchen und deswegen würde ich trotzdem immer noch daran festhalten, dass wir sagen, im Winter kann man schon mal nach dem Stil mal gucken. Finde das mit Renno ganz kurz, ich finde das, was du mit Renno gesagt hast, ist, ich finde sowohl, dass wir es eigentlich vorher gar nicht angesprochen haben, sowohl, dass du es nochmal angesprochen hast, beides geil zu denken, eigentlich wäre es niemandem aufgefallen, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten, aber dass du es noch mal erwähnst, ist tatsächlich einfach, dass man sich vor Augen führt, dass diese große Angst, die wir hatten, die hatte ich wirklich, ich habe die tatsächlich wirklich krass gehabt, dass die sich überhaupt nicht bestätigt hat, im Gegenteil, sondern wir reden über dieses Bayern-Spiel irgendwie jetzt fast eine halbe Stunde und wir haben noch nicht einmal den Namen erwähnt, das ist doch gut, also zu denken, ey, das ist wie selbstverständlich und dass wir dann denken, oh, warum das so ausfällt, dass wir einfach im Hinterkopf, dass du jetzt einfach am Ende erst nochmal erwähnst, dass Trapp überhaupt auch verletzt ist, einer der wichtigsten Spieler, das sind tatsächlich alles Sachen, Leute, das hättest du auch nicht verkraftet, weil stellt euch vor, wir haben es ja gemerkt, als Haller ausgefallen ist, dann war es auch nicht, also dann ist es auch nach unten gegangen, das sind tatsächlich einfach Sachen, die Eintracht ist ein Verein, die wird sich nicht so einen breiten, geilen Kader leisten können, dass man, dass man irgendwie drei, vier wichtige Spieler verkraften kann, das ist so, obwohl die jetzt weg waren und trotzdem stehen wir gut da, wir können in der Euroleague weiterkommen, wir sind im Pokal weiter, wir sind in der Bundesliga gut dabei, eigentlich, wenn diese Sachen aufhören oder jetzt sich noch besser einspielen und die Verletzten zurückkommen und was Marvin sagt, im Winter könnte noch was dazukommen, dann ist ja sogar die Aussicht noch positiver, das müsste einem ja fast schon Angst machen. So ist es, so ist es. Man kann ja mal ein bisschen träumen. Ja, unbedingt. Eine wichtige Sache, die ich finde, weil ich weiß gar nicht, wer von euch die Frage gestellt hatte, kann man aus dem Bayern-Spiel jetzt noch was ziehen, irgendwie Schlüsse oder ist das jetzt einfach ein Sonderspiel gewesen? Für mich war eigentlich auch eine super wichtige Situation, die wir hier gesehen haben und das habt ihr eigentlich gerade auch schon angesprochen, dass selbst wenn unsere Stürmer nicht treffen oder nicht alle oder auch nicht so intensiv treffen, haben wir mittlerweile eine Stärke in dieser Mannschaft, dass eigentlich jeder Mannschaftsteil treffen kann. Wir haben, ihr habt es vorhin gesagt, ein Kostic hat sein Tor gemacht, ein Soher hat sein Tor gemacht, ein Abraham und Hinteregger, also wirklich auch diese typischen Standardverwertungen oder auch mal ein System aufzubauen, dass eben auch die Innenverteidiger mit nach vorne gehen. Es ist doch richtig geil. Wir haben eigentlich das, was wir lange Zeit, wo wir immer gesagt haben, oh Gott, unser Sturm ist von einer Person abhängig, ob es ein Alex Meyer ist oder ob es ein Gekas oder wen auch immer du da vorne drinstehen hattest, wo die ganzen Systeme immer nur auf einen Spieler, der es ausgefallen, hast im Endeffekt ja in die Hose gemacht sozusagen, weil du einfach gar keine, gar keine Torchancen mehr generiert hast und einfach, dass auch so eine psychologische Sache ist, die Spieler haben dann auch so ein bisschen diesen Druck verloren, auch mal sich selbst was zu trauen und so weiter. Ich finde genau diesen Punkt haben wir und ich hoffe, dass wir daraus auch ziehen können für die nächsten Spiele, dass einfach der gesamte Mannschaftskader eigentlich Torgefahr ausstrahlt und nicht mehr, ein Dost hat natürlich ein super Spiel gemacht und ist immer torgefährlich und dann haben wir gesehen, dass er, wie er sagt, schnell mal für zwei Tore gut ist und so weiter. So soll es auch sein. Ein Silva, wenn er kommt, auch garantiert seine Tore machen wird. Ein Paciencia, jetzt ja wirklich regelmäßig trifft, geil. Dann sagst du aber jetzt schon die nächste Reihe, dann kannst du sagen Kamada, irgendwann wird der Herr Knoten auch platzen, dass der seine Tore macht. Ein So hat sein Tor gemacht, ein Kostic ist gefährlich. Also ich finde das einfach nur richtig, richtig geil. Du hast die Situation, dass du Standards jetzt anscheinend sogar ein bisschen gefährlich spielen kannst, was wir ja ewig nicht hatten. Das heißt eigentlich, und das ist das Wichtige doch, und das ist auch dieser nächste Entwicklungsschritt, in der Variabilität, die wir eigentlich immer gefordert haben, sind wir eigentlich einen Schritt weitergekommen. Auch wenn du dir die Mannschaften anguckst, wer hat denn in Pauli gespielt, wer hat denn dann gegen die Bayern gespielt. Es wurde schon viel gewechselt, es war viel Rotation drin, auch wenn es teilweise natürlich zwanghaft war, weil Spieler nicht zur Verfügung gestanden haben vorher. Trotzdem hast du gemerkt, wow, okay, wir haben hier wirklich diese Schonstellung, die du eigentlich von der Topmannschaft hast, dass eben wirklich einige Spieler ausgetauscht werden und vielleicht auch mal ihre Ruhepause bekommen. Das hatten wir doch auch jahrelang gar nicht, dass du überhaupt im DFB-Pokal auch nur ansatzweise hättest weiterkommen können, wenn du nicht mit deine A-A-A-A-A-A-Elf gespielt hast sozusagen. Also da haben wir doch riesige Probleme gehabt. Diesmal war es im Endeffekt wirklich ein zerrubter Haufen teilweise auch und trotzdem haben wir es geliefert, auch wenn natürlich die zweite Halbzeit zum Kotzen war. Auf der anderen Seite, das ist, finde ich, eine Qualität, die wir jetzt einfach für die nächsten Spiele mitnehmen müssen. Und wenn du dann noch diese Euphorie hast, und ihr habt auch schon alle drüber gesprochen, du brauchst diese Einwirkung von außen, du brauchst diese Euphorie-Welle, damit die Mannschaft vielleicht auch mal gegen die richtig starken Mannschaften 110 Prozent geben kann. Aber das kannst du nicht über eine komplette Saison, sonst fallen wir hinten raus wieder so ab. Und ich denke, da sind wir wirklich zwei, drei Schritte weitergekommen und gegen die Bayern hat es jetzt wunderbar funktioniert. Und ich bin gut der Hoffnung, dass wir die nächsten Spiele auch relativ positiv gestalten, wenn wir einfach nur ansatzweise an die Leistung anknüpfen können. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Sehr gut zusammengefasst, Dennis. Also kann ich echt nur zustimmen. Und ich glaube, die Prognose der Eintracht ist aktuell, wenn es einigermaßen so weitergeht, kann es echt eine positive sein. Und natürlich nicht immer in dem 5-1-Niveau, das war auch schon ein besonderes Spiel. Aber da passt dann halt auch einfach zusammen. Das ist es halt. Es passt halt auch einfach zusammen und wir haben den vielbemühten Kreis, was ich glaube ich auch gestern Abend bei 3,90 nochmal kurz erwähnt, das schließt sich dann halt alles. Dann ist es halt auch einfach so, weil an dem Tag kommt dann alles zusammen, was... Das ist schon ein bisschen lustig, ganz ehrlich, das ist schon... Also ich glaube tatsächlich, dass wir da auch irgendwann schon vorher mal drüber gesprochen hatten, dass irgendwie dieser Kreis schließt. Ja. Vor ein paar Spieltagen, wo sich das so angebahnt hat, wo wir sagten, wir könnten da das Zügenladen an der Waage sein. Ich finde das schon lustig, mein Gott, Niko Kovac würde auch erleichtert sein. Ich habe eher das Gefühl, dass das für ihn gar nicht so schlimm ist jetzt. Ich glaube, der wird damit gerechnet haben, weil das ist ja jetzt nicht die erste Anekdote beziehungsweise das erste Mal, dass man das Gefühl hat, okay, Kovac und Bayern, das passt nicht. Das zieht sich ja schon, seit er hat angefangen hat, eigentlich durch. War nicht sogar, habe ich das, ich habe das nur so am Rande dann tatsächlich jetzt irgendwie verstanden. Erst war ja die Aussage irgendwie von wegen, er kriegt jetzt irgendwie nochmal so zwei Spiele auf Bewährung und dann haben sie sich ja kurz danach doch entschieden, das in beiderseitigem Einvernehmen, wie sie es so schön gesagt haben, aufzulösen. Dann habe ich das richtig verstanden, dass die, die Intention davon, zu sagen von wegen, ja dann lass es uns doch lieber gleich machen, dann auch von ihm tatsächlich kam? Ja, das liest man auf jeden Fall, was da jetzt stimmt, wissen wir glaube ich alle nicht. Also die erste Verlautbarung war ja tatsächlich, kam von der Sportbild und die sind ja beim FC Bayern tatsächlich ab und zu gut informiert. Die haben quasi den Schlüssel. Das hieß, es sind zwei Spiele und dann kann es sein, dass Kovac gesagt hat, nee wisst ihr was, also das will ich jetzt nicht, wenn dann vertrauen oder nicht. Und dann wird man vielleicht gesagt, naja gut, dann lass uns das irgendwie, lass uns einigen, ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich. Ja, aber das würde ja dann auch zu der Theorie, die du gerade hattest, zu sagen von wegen, dass er wahrscheinlich auch einfach froh ist, dass das Thema da jetzt irgendwie durch ist, auch passen. Ich meine, wenn du sowieso schon irgendwie sagst, von wegen irgendwie funktioniert das hier alles nicht und ich bin ja eigentlich gar nicht so richtig, ähm, gar nicht so richtig glücklich an der Stelle, dann passt es ja dann zu sagen von wegen, nee komm, jetzt hier irgendwie, äh, permanent hier auf dem heißen Stuhl sitzen und nicht wissen, wann es jetzt hier hochgeht oder nicht, dann machen wir halt hier. Überruhe waren ja jetzt auch nicht nur ein, zwei Tage, das ist glaube ich genau das, was ich gesagt habe, sondern jetzt Wochen, Monate, die hier total anstrengend waren und ich glaube auch, dass, äh, die Leistungen, die Ergebnisse haben ja teilweise noch gestimmt, die Leistungen waren ja wirklich jetzt schon die letzten Wochen wirklich katastrophal teilweise, dass er im Winter so oder so wahrscheinlich gegangen wäre. Jetzt ist, für die Bayern, muss man ja wirklich sagen, ist es jetzt im Endeffekt ein bisschen schwierig, äh, sie wirkten ja etwas unvorbereitet und, äh, ja, normalerweise ist das ja der typische Fall, der Trainer geht, drei Tage später wird der neue vorgestellt. Wundert mich, dass das hier jetzt, äh, tatsächlich noch nicht so passiert ist, außer natürlich, gut, der Co-Trainer macht jetzt erstmal weiter, aber, äh, das scheint dann schon sowas gewesen zu sein. Ich glaube, dass selbst die Bayern-Bosse erst noch mit ein paar Tagen gerechnet haben, um da noch ein bisschen, ein paar Anrufe machen zu können sozusagen. Finde ich gut, dass, äh, Kovac da mal in die anderen, äh, Gegend reingeknallt hat, ja. Ich habe eine andere Theorie, ich glaube, die haben sich ein Stück weit schon darauf vorbereitet, indem sie damals Flick geholt haben. Das war von vornherein deren Alternativplan. Ich glaube aber auch, dass die nach wie vor so weltfremd sind, dass die erwartet haben, dass wenn der FC Bayern den Trainer rausschmeißt, dass die innerhalb von fünf Minuten die ersten Anrufe von drei erfahrenen Trainern, Spitzentrainern haben, die anrufen und gerne Trainer beim FC Bayern werden wollen. Und diese Anrufe haben nicht stattgefunden. Interessant, sehe ich ganz anders tatsächlich, weil ich, also ich habe eher das Gefühl, dass der, dass die Nominierung, beziehungsweise, ja, die Installation von Flick eher dafür war, um, äh, Kovac ein bisschen mehr, äh, den Rücken freizuhalten, ihm gleichzeitig noch mehr irgendwie ein Stück weit Vertrauen zu geben, ähm, also ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. So hatte ich es eigentlich gedacht, aber ich weiß nicht, wir wissen es ja alle nicht. Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe es ein bisschen anders gesehen, muss ich sagen, aber, ähm, ja, also, dass das die Top-Trainer, die, ich glaube, die rufen da nicht mehr an, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich glaube, da, da, andere Wege gehen, denn der Glanz des FC Bayern, da ist ein wenig, ich glaube, Enzo hatte das ja jetzt gestern auch schon gesagt, ähm, ich glaube, der Glanz des FC Bayern ist ein wenig, verglüht. Also ganz ehrlich, wenn sich sowohl der, der Ajax-Trainer, ich habe den Namen jetzt gerade eben wieder, äh, Tent. Ten Hag. Oder Ten Hag, wenn der quasi öffentlich das Statement macht von wegen, nee, äh, ich bin nicht und so, und Tuchel auch sich gleich bemüht für zu sagen von wegen, nee, Paris, alles fein hier, dann hast du ein anderes Problem. Ja, aber das zeigt, was, was ihr gesagt habt, also wie weltfremd sie sind. Wenn nicht mal Lothar Matthäus anruft und sagt, dass er nicht zur Verfügung steht, dann ist hier aber die Kacke am Dampfen. Nein, ich denke tatsächlich, wenn, wenn die, die denken wirklich, sobald die Thomas Tuchel anrufen und sagen, ey, wir hatten ja vorher schon Kontakt und kommunikowollte, die denken dann, dass der alles stehen und liegen lässt und sagt, ja, komm. Oder das genau mit dem, mit dem Trainer von, also die denken tatsächlich so, guck, wenn der FC Bayern, das ist bei Spielern auch immer so gewesen, die, die haben sich ja dann teilweise gewundert, dass sie den und den Spieler nicht kriegen. Das ist für die ein Lernprozess. Ich bin gespannt, wo der hinführt. Ich glaube zum Beispiel, dass Oliver Kahn einer sein wird, der dadurch, dass er auch so ein bisschen Abstand hatte von Bayern und auch von dem ganzen Fußballgeschäft so ein bisschen, dass der vielleicht den gar nicht so schlecht tun wird. Aber gut, das ist alles Spekulationen zu sagen, was da jetzt passiert, kommt auch dran, welcher Trainer ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich, was, ja, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt, was ihr beide vermutet. Also ich glaube, dass dieses, dass Hansi Flick kommen sollte, um Kovac ein bisschen spieltaktisch zu unterstützen, so wie er das mit Löw gemacht hat. Dass man sagt, okay, Kovac, das bleibt unser Frontmann, wir stecken ihn im Rücken, aber Flick kriegt so ein bisschen spielerischen Einfluss. Natürlich in dem Wissen, dass wenn das mit Kovac komplett gegen Wand fährt, dass man halt ihn dann da hat. Und zu sagen, ja gut, dann mach du das jetzt, um dann zu warten. Ich glaube tatsächlich, Flick ist jetzt einfach derjenige, der, der wird so lange Bayern-Trainer sein, bis einer von denen, ich schätze, die haben vier Kandidaten. Genau. Und dann kriegen die den dritten, weil bei, vergessen wir nicht, Kovac war auch nicht die erste Wahl. Also Kovac ist auch so eine Konsenslösung gewesen, weil die sich gar nicht einig waren. Ich glaube, dass jetzt wieder Rummenigge dran ist, sich den auszusuchen, das wird dann eher trotzdem ein Regal höher sein. Und der muss auch nicht dieses mir ist an mir Ding haben. Ich glaube, Rummenigge hat da andere Vorlieben. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, weil für mich, dass die Meisterschaft entscheidet. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Ist es, um dieses Jahr vielleicht einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern zu sehen, war das jetzt zu früh oder ist das vom Zeitpunkt her okay? Ja, ist noch zu früh. Also Kovac hätte mindestens noch bis zum 25. Spieltag bleiben müssen, damit jemand anders Meister wird, glaube ich. Ja, also denke ich auch, gehe ich auch fast von aus. Ich weiß aber, René, was du auch gedacht hast, es kann natürlich schon eng werden. Ich meine, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich, es ist ja momentan alles extrem eng. Es kann ja alles, wirklich noch alles passieren. Ich meine, wir haben halt einfach noch nicht so viel gespielt. Was für mich halt irgendwie klar ist, dass es auf jeden Fall so Mannschaften, die jetzt schon wieder anfangen, naja, mal das ein oder andere Spiel zu verlieren, wie Mönchengladbach. Ja, das wird auch noch öfter passieren. Deswegen gibt es da keine Konstanz, auch wenn Gladbach auf jeden Fall einer der wichtigsten Kandidaten um den Champions-League-Platz ist, weil die echt da einen guten Kader haben, weil wir haben Rose kennengelernt, einen guten Job macht. Borussia Dortmund wird auf jeden Fall nicht in die Konkurrenzbereiche gehen. Da ist die Dusseligkeit viel zu groß. Die wären maximal Zweite. Ich habe aber trotzdem auch das Gefühl, dass Leipzig, wenn die sich noch weiter konstituieren, dass die nochmal gefährlich werden können. Vielleicht nutzt es Leipzig irgendwie aus, aber momentan sind die Bayern vier Punkte vom ersten weg. Das ist noch zu gering. Also da müsste der nächste Schritt schon fehlschlagen, aber die Sache ist die, und dann wollen wir nicht noch viel weiter über Bayern sprechen, aber am Ende wird es nichts bringen, überhaupt nichts bringen, wenn die Bayern nur immer die neuen Trainer installieren, sondern das ganze Gerüst muss sich ändern. Ja, der Kader auch, klar, aber es geht um Scouting. Ja, es geht um Scouting, es geht um die Jugendarbeit, es geht darum, dass du das Scouting weiter teilig sehen musst. Leipzig hat die besten, auch wenn mir bei Twitter immer wieder widersprochen wird, aber liebe Leute, Leipzig hat die besten Voraussetzungen. Die haben relative Ruhe, natürlich nur solange Leipzig halt auch noch das Lieblingskind von Red Bull ist. Wenn die irgendwann einen Premier League-Klub bekommen, sieht es vielleicht auch wieder anders aus, aber solange die der Number-One-Klub sind, bekommen die den ganzen Influx von Salzburg, von Brasilien. Die Spieler, die bei New York sind, werden auch alle dahin transferiert. Die haben ein ganz anderes Netzwerk mit unglaublich professionellen Leuten, die aber nicht dieses Uäh, Uliah haben und so weiter, weil da redet keiner rein. Ja, die haben halt diese Leute nicht. Die sind anders, die sind auch anders bekloppt, deswegen ist ja Leipzig auch nicht unser Lieblingsverein, aber die haben da in diesen Strukturen halt wesentlich mehr Ordnung und wenn die Bayern dauerhaft international mal wieder erfolgreich sein wollen, dann müssen sie auf dieses Strukturkonzept auch irgendwann gehen und nicht immer im Endeffekt nur ihre paar Millionen raushauen und irgendwie Coutinho verpflichten und niemand weiß warum, weil er überhaupt nicht ins Konzept eingebunden wird. Also das ist, das ist ein größeres Konzept, aber Basti, du hast ja gestern auch schon gesagt, für die Meisterschaft reicht es dann halt trotzdem noch. Ja, aber wie du es sagst, nicht mehr lange. Also die müssen jetzt auch, erinnert ihr euch noch, als wir über die Eintracht gesprochen haben, wo wir immer gesagt haben, ey, die Eintracht muss langsam den Anschluss finden, an was sie jetzt getan haben. Also die müssen Eintracht langsam den Anschluss finden, sonst wird es so eine Nummer wie Nürnberg. Bayern befindet sich natürlich auf einem sehr viel höheren Niveau, aber auch an diesem Weg gerade. Zu denken, ja, keine Ahnung, Uli Bruchhagen muss jetzt gehen und da muss jetzt jemand Neues kommen. Also es muss einfach so passieren jetzt bei denen, weil wie Marvin sagt, Leipzig wird sich auch in ein, zwei, drei Jahren dran gewöhnt haben, Champions League zu spielen und dann in der Liga nicht mehr abkacken. Und die, ganz ehrlich, was die für ein Scouting haben, ist ja auch nicht normal. Also die geben ja trotzdem, die geben natürlich viel Geld aus, aber die geben das gut aus. Was für Spieler, die sind schon Upamecano, dann haben Mokiele, Sabitzer, was die da ja heißen. Ich will es mir gar nicht vorstellen, aber ich sehe es wie Marvin, dass wenn die nicht aufpassten, dann ist Leipzig plötzlich mal zwei, drei Jahre hintereinander Meister und da habe ich keinen Bock drauf. Nee, nicht wirklich. Ihr merkt, wie lustig und absurd das eigentlich ist, dass wir dann über die Bayern sprechen und eigentlich wollen wir nicht, dass die Meister werden, aber das Problem ist, naja, dann wird es dann leicht. Ja, eben. Was ist denn los mit euch in Dortmund? Mann! Ja. Ey, ohne Scheiß. Macht doch nicht ein die ganze Zeit da. Ja, Dortmund soll es machen. Was denn? Ohne Scheiß. Dortmund, ey, das ist auch, das macht mich so wütend. Das macht mich so wütend. Mich macht das auch wahnsinnig. Wie muss das erst für Dortmund-Fans sein? Ja. Ohne Mist, ey, richtig bitter, richtig bitter, ey. Ohne Scheiß, wenn du immer denkst, meine Güte, jetzt könnten wir mal und dann, ah, okay, alles klar. Oh, doch nicht. Richtig bitter, naja. Aber wie gesagt, vielleicht überrascht uns Gladbach, kann schon sein, die haben ja auf jeden Fall einen brauchbaren Trainer. Korrekt. Sollen wir auch wieder ein bisschen mehr über die Eintracht reden? Oh ja. Wir müssen nämlich reden über Pokale und vielleicht ganz kurz, bevor wir zu einem weiteren größeren Thema kommen, einmal der Vollständigkeit, das Thema DFB-Pokal. Da kommen wir dann auch gleich wieder zu unseren nicht ganz so lieben Freunden. Wir haben vergangene Woche gespielt gegen Pauli, ich würde es jetzt mal so als Arbeitssieg zusammenfassen, haben das Ding trotz der einschläfernden zweiten Halbzeit nachher mit einem 2-1-Tal über die Bühne gebracht und durften dann am Sonntag der Pokalauslosung beiwohnen beziehungsweise uns anschauen und das nächste Los ist tatsächlich dann auch Leipzig Anfang Februar. Immerhin Heimspiel. Immerhin Heimspiel, das macht glaube ich auch ganz gut. Das zeigt halt, dass es gar kein einfach, dass soliden Mannschaften da sind, weil das ist völlig, das ist eigentlich ein unattraktiver Gegner und trotzdem ist er stark. Also das ist so merkwürdig. Du hast so, normalerweise, wenn du gegen starke Gegner spielst, hast du denkst, okay, du spielst irgendwie zu Hause gegen Dortmund, Bayern, Schalke, was weiß ich was. Jetzt hast du einen starken Gegner, aber irgendwie strahlt dieses Spiel gar nichts aus. Das ist schade einfach, weil es für einen Pokal eigentlich wäre es geil, so ein geiles Pokalspiel zu Hause gegen irgendjemand. So ist das eher so, boah, du verlierst wahrscheinlich. Das ist 4.5. Februar, ne? Ja. Korrekt. Du musst dich halt echt wieder in so eine Zone begeben. Also das ist ein Spiel, was, wie du hast hier schon angedeutet, nichts hergibt, weil es nervt. Dann hast du dann wieder, dummerweise, innerhalb kürzester Zeit spielst du ja zweimal gegen die. Ich glaube, du spielst erst einen Pokal und dann ein paar Tage später schon in der Liga gegen die, was auch echt nervig ist. Ich meine, ja. Es gibt wenig Dinge, die mich mehr nerven als dieser Puck. Diese Doppelspiele und dann noch zweimal gegen einen relativen Kackverein, ja? Also das nervt auf jeden Fall. Das ist echt schlimm. Aber man muss halt auch sagen, ich glaube, je nachdem, wir wissen ja nicht, wie die aus der Pause kommen, ne? Vielleicht haben die, haben die dann doch ein paar Probleme aus dem Winter mitgebracht. Vielleicht ist ein Spieler verletzt. Vielleicht haben wir uns nochmal ein bisschen verstärkt. Da kann ja noch extrem viel passieren. Ich glaube aber, wenn du dann dich in eine Zone bringst und sagst, okay, jetzt haben wir dir weg, dieser Kackverein, immerhin zu Hause, dann kann das auch wieder eine Zündung geben, ne? Aber es muss halt, du musst halt mehr investieren, weil du hättest mit anderen Mannschaften, die auch noch im Pokalwettbewerb gewesen wären, hättest du natürlich entweder jetzt mal Leichtelose haben können, wobei Leichtelose, so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, also die ganzen Leichtenspiele unter sich, ja, also untereinander, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen ärgerlich. Ich meine, du hast ja extrem viele Bundesliga oder, also schwierige Lose, ich meine, Bayernspiel gegen Hoffenheim, Schalke, Hertha, das ist auch so ein bisschen nervig, auch so, selbst, selbst für Leverkusen ist eine tricky Partie gegen Stuttgart, ja, aber natürlich, ich hätte auch, ich hätte persönlich beispielsweise lieber zu Hause gegen Lautern gespielt. Das wäre eine, wäre eine heiße Kette gewesen. Das geht, glaube ich nicht. Ja, das geht gar nicht. Das dürfen wir nicht, ja, genau. Achso, scheiße, stimmt, ja, du meinst wegen Dritter Liga, ne, genau, ja, das ist gut, okay, das ist gut. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich gar nicht ganz lehran hingefahren wäre, aber du hättest auch nochmal Union. Zu Hause gegen Karlsruhe. Oder zu Hause gegen Karlsruhe wäre auch geil gewesen und Karlsruhe wäre jetzt eine machbare Partie gewesen, ne, also das, ähm, naja. Ich hätte auch gerne noch so einen Zwischenschritt gehabt, muss ich sagen. Ja. Wie du sagst, so einfach, dann geht's los. Also so dieses, Worst Taste gewesen. Das ist nervig, diese Vereine nerven einfach. Ich meine, natürlich leisten die gute Arbeit, Marvin und Sie haben es ja schon ein bisschen ausgeführt, aber es gibt halt trotzdem nichts her. Was ist das? Die spielen jetzt in der Champions League. Weiß einer, dass die gerade in der Champions League spielen? Weiß das einer? Ja, aber auch nur, weil ich gerade zufällig die Kickerseite offen hatte. Nee, aber, das ist mir aufgefallen. Also, an wen bockt das? Keine Ahnung. 3-0 für Leipzig, auswärts. Aber wen interessiert das? Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe gerade geguckt, wir spielen zwei Wochen vorher an dem Wochenende 25.26. Auch zu Hause gegen Leipzig. Auch zu Hause. Ja, genau. Das kurz danach hast du mit einem anderen langweiligen Gegner verwechselt, nämlich dem FC Augsburg. Na gut, aber zwei Wochen ist ja jetzt auch kein, ist ja auch kein, das große Tag. Zwei Wochen ist ja jetzt nicht großartig. Ja, ja. Nur halt andersrum. Du spielst erst in der Liga und dann im Pokal. Ja, gut. Okay, alles klar. Aber danke, danke, dass du nochmal nachgeguckt hast. Feinheiten. Ja, aber im Endeffekt, also die zweimal gegen... Ist unnötig, definitiv. Wenn wir über nervige Sachen im Pokal reden, muss ich auch nochmal ganz kurz ausführen. Ja. Wie unfassbar dumm der Ordnungsdienst dort in Hamburg war. Sowas habe ich selten erlebt und wir waren ja schon überall. Marvin und ich haben diese Rom-Sache erlebt. Da hat man sie erwartet. Das haben wir gegen Gladbach wieder abgezogen. Aber bei so einem eigentlich, wo du vorher denkst, ungefährlichen Auswärtsspiel, das so zu organisieren, war Wahnsinn. Also wir kamen dort an, war schon mal wieder eine Riesenschlange, weil die es tatsächlich so gemacht haben, dass sie nur ein einziges Tor aufgemacht haben. Wow. Da war ein Riesentor noch daneben. Also die hätten locker zwei große Tore aufmachen können, wo du dann dahinter irgendwie, keine Ahnung, acht bis zehn Reihen von Ordnern hinstellen, das können die dich dann einzeln kontrollieren können. Also zumindest acht auf einmal kontrolliert werden können und nicht irgendwie nur zwei. Das hat natürlich dann auch irgendwann zu Unruhe geführt, weil das Spiel auch immer näher kam. Also das war irgendwie dann irgendwann eine Viertelstunde bevor Anpfiff und dann ging immer noch nichts weiter. Dann war das ein Ordnungsdienst, wo du wirklich das Gefühl hattest, okay, die weiß ich nicht, wo die die rekrutiert haben. Da bin ich mir nicht sicher, weil der Typ, den ich jetzt beschreibe, der hat wirklich gar nichts mehr mitgekriegt. Der konnte kaum die Augen aufhalten, der sah wirklich aus, als wäre der in seinem eigenen Matrix-Ding leben würde. Der hat einfach mitten in dieser Unruhe, dass es so eng dort war, gedacht, weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache noch ein Tor zu, Alter. Dann hätte der mit diesem Tor, was der da mitten in die Menge, weil so ein Tor hat ja natürlich auch ein Radius beim Schließen, da hätte der fast irgendwelche Leute mit erschlagen, wo dann wirklich die Polizei kommen musste und zum ersten Mal ist die Polizei gekommen, um uns vor dem Ordnungsdienst zu schützen, anstatt irgendwie den Ordnungsdienst vor den Fans. Also das ist eine ganz neue Situation, wo die Polizisten sich teilweise beim Eingang zumindest noch bei uns entschuldigt haben, weil das Ende vom Lied, weil das der Ordnungsdienst dermaßen überfordert war, dass dann einfach das ganze Tor so aufgemacht wurde, dass alle Leute komplett ohne Kontrolle ins Stadion konnten. Wo ich mir dann denke, ganz ehrlich, wer hat noch das denn ausgedacht? Zumal die, Marvin und ich waren ja da, zumal die kurz vor gegen HSV zu Hause gespielt haben. Was ist los da? Das ist mir unbegreiflich gewesen. Spiel, bla, 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 hast gedacht, gut, gehen wir jetzt raus. Ja, nix war es. Da mussten wir noch eine Stunde da draußen rumstehen, weil die sich ausgedacht haben, klar, wer hier im Auswärtsblock ist, der muss ja bestimmt auf jeden Fall nach Frankfurt zurück. Haben die es einfach angenommen. Aber gut, dass viele sich auch vielleicht ein Hotel genommen haben oder so, keine Ahnung, muss man mal gucken. Auf jeden Fall haben die das dann so ausgelegt, dass die erst mal eine Stunde uns da festgehalten haben, wie man das halt kennt, weil die dann wollen, dass die wahrscheinlich die geometrischen Fans weg sind. Diesmal aber komplett ohne Kommunikation. Also da wurde jetzt nicht gesagt, liebe Gäste, Fans, bitte bleiben Sie noch, bla, 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 damit du weißt, okay, das dauert jetzt hier noch, weiß ich nicht, x, y Minuten. Nö, einfach so, keiner wusste was. Die Polizisten, die an der Seite standen, wussten es auch nicht genau. Dann gab es irgendwann mal eine Durchsage, von wegen, liebe Gäste, Fans, bla, bla, wir werden Sie jetzt hier einzeln rauslassen und zur S-Bahn begleiten, mit der Sie zum Hauptbahnhof kommen, mit der Sie dann in den Sonderzug steigen können, der nach Frankfurt fährt. Da bin ich zu dem Typen und habe gesagt, ich will aber nicht nach Frankfurt, ich habe hier noch ein Hotel, ich bleibe hier noch. Ja, dann müssen Sie nach vorne gehen, da vorne ist ein einzelner Polizist, angeblich war ich, habe ich ihn nicht mehr gesehen, ein einzelner Polizist, der solche Anliegen bearbeitet. So, das heißt, du konntest zu dem Typ gehen und sagen, hey, ich will nicht zur S-Bahn, lass mich bitte hier raus. Ja. Den gab es angeblich, weiß nicht, ob das stimmt, weil als ich mich dann irgendwann, als ich so weit war, so weit vorne war, war es dann so, dass ich, dass ich das dann aufgelöst hatte beziehungsweise, dass wahrscheinlich diese einzelne Beschwerdestelle, will ich es mal nicht, aufgelöst hatte, dass alle einfach zur S-Bahn mussten. Also wir sind dann einfach zur S-Bahn geführt worden. Ich bin dann zu zwei verschiedenen und gesagt, ich will hier gar nicht zur S-Bahn, was ist denn? Gehe jetzt zur S-Bahn, sagt er zu mir. Ich will aber nicht mit der S-Bahn fahren, sagt er. Sie fahren jetzt erstmal mit der S-Bahn und dann können Sie ja immer noch schauen. Was ist denn das hier? Da wollten die Leute zwingen, da sind zwei Kumpels von mir, liebe Grüße an Julian, äh nicht an Julian, an Chris und Dominik. Die sind dann irgendwie, haben die es geschafft rauszugehen, ich war dann alleine plötzlich da. Ich wollte dann auch zu den, dann bin ich, wollte ich dann denselben Weg nehmen und da kommt der Polizist, nee, ich hab dir doch gesagt, du gehst ja zu S-Bahn. Was ist denn der S-Bahn? Also das war wirklich derartig schlecht kommuniziert und organisiert, wo ich mich frage, Leute, findet da zum ersten Mal ein Fußballspiel statt? Also was ist denn los? Ich frage, ich weiß es nicht, ich frage mich, wie sowas zustande kommen kann. Was man auch erwähnen muss, da stand ein Wasserwerfer, ein Panzerfahrzeug, zehn Hunde. Also ich hatte mich dann auch nicht mehr getraut, da rauszugehen, weil dann plötzlich die Hunde uns dann angebellt haben und will sich ja dann auch nicht irgendwie schnell bewegen und dann denkst du, ich hatte dann Glück, dass in diesem S-Bahnhof gab es einen Dönerladen, da bin ich dann rein und hab dann da ein bisschen gechillt und ich hatte halt keine Eintrachtklamotten an, das heißt, mit der Polizistenreihe ist immer weiter rein, dass mich von denen keiner mehr kannte. Dann bin ich irgendwann aus diesem Dönerladen rausspaziert und ran auf die andere Hauptstraße und ging es, aber trotzdem, es ist maximal nervig, weil es läuft ohne Kommunikation und es ist halt tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, die warten jetzt nur, bis die Fans ausrasten und dann heißt es wieder, ja, die Fans haben Randale gemacht. Es wird niemals irgendwie daran gedacht, dass das vielleicht auch irgendwann Gründe hat, wenn du so eine große Masse so eng und so ohne Information und so einfach da festhältst. Ich frage mich einfach. Ohne Information ist schon krass, ja, Wahnsinn. Ich finde es einfach, oder einfach den Leuten dann die Leute quasi zu zwingen, den Hauptbahnhof zu fahren, was ist los? Also, was soll das? Also, das ist unfassbar. Meine Güte, ich hatte es ja so einen Ansatz schon ein bisschen mitbekommen, was du so geschrieben hast und habe mir echt gedacht, sind die denn alle bescheuert mittlerweile? Also, ich meine, die haben doch Derbys schon ausgerichtet, die wissen doch, wie es einigermaßen funktioniert und dass sie da so in Eskalationsbereitschaft sind, und du hast ja auch, also, ich meine, okay, ich muss ja jetzt schon fast positiv sagen, dass im Stadion die Polizei ja noch fast gut reagiert hat, außerhalb gibt es ja durchaus auch die eine oder andere Kontroverse von den Ultras, St. Pauli, die sich schon mehrfach gegen das neue Polizeigesetz ausgesprochen haben, was anscheinend auch keine positiven Wirkungen hat, aber ich muss echt die Frage stellen, warum man immer so auf Eskalation halt auch aus, ein Stück weit, hat man das ja auch mitbekommen, die Heike Burowka, die habe ich ja auch getroffen, die hat ja auch gemeint, dass sie war ja auch da und die war genauso konzentriert wie ihr, ne? Ja, und die steht mit Sicherheit nicht im Verdachten, Ultra zu sein oder ein Ungegänger. Das ist es ja. Also, die Polizei und die Ordnungskräfte, die bringen ja dann eben genau ganz normale Leute gegen sich auf. Das verstehen die ja dann nicht. Die behandeln ja da keine Problemfans, sondern die behandeln jeden Einzelnen wie ein Problemfan, der vielleicht in deinem ganzen Leben noch nicht mal irgendeinen Kaugummi geklaut hat. Und dann stehst du dann halt da dumm rum und also, ich glaube tatsächlich, dass die, 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 die können mit diesen Maßnahmen erzeugen, die mehr Aggression und Gewalt als tatsächlich von vornherein da wäre. Klar ist von vornherein immer mal irgendwo ein Aggressionspotenzial, da immer. Aber mit solchen Maßnahmen verhinderst du nichts. Im Gegenteil, du befeuerst es nur noch. Oder beziehungsweise, du... Aber Aggressionspotenzial hast du auch, wenn du irgendwie samstags einkaufen gehst und da irgendwie die ganzen Rentner vor der Gemüsetheke stehen. Da hast du aber auch nicht 200 Schaften Polizei nebendran stehen. Also, das ist jetzt kein Argument. Der gleich hinkt jetzt ein bisschen. Nee, 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 nee. Machst du lieber am Einkaufen, Herr Lindner. Ich weiß ja nicht, was du mit den Rentnern da bei der Wurststück machst. Aber... Können auch ganz schön gefährlich sein, wenn sie mit ihrem Kleingeldbeutel da auf einen einkaufen. Aber es ist tatsächlich so, ich meine, wir reden ja, es gibt ja manchmal Extremsituationen, wo du weißt, okay, da gibt es doch keine Erfahrungswerte und beim nächsten Mal muss man es besser machen. Leute, wie viele Eintrachter waren da? 3000? Also, weiß ich nicht. Ja, aber mir kann auch keiner erzählen, dass es bei Fußballspielen keine Erfahrungswerte gibt. Sag ich doch, das ist es ja. Dass es nicht auch bessere Beispiele gibt, wie jetzt aus Baden, ist es nicht in Baden-Württemberg so, dass man da gesehen hat, okay, hier, Krawall ist ein bisschen zurückgegangen, seit man die Polizei reduziert hat und seit man irgendwie Meines wäre Baden-Württemberg gewesen, ja. Dass man irgendwie ein Konzept fährt, zu sagen, okay, man probiert gemeinsam, das so reibungslos wie möglich zu gestalten, das ist da auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Wollte ich hier auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil mich auch viele angesprochen hatten, dann, ob wir das hier mal besprechen können. Ich finde es super, dass du es mal angesprochen hast, weil ganz ehrlich, mir war das so in diesem Maße nicht bewusst und ich denke, das sind auch Themen, die müssen wir auch manchmal wieder hochhalten, weil es einfach nicht sein kann, dass man muss immer auch ein Maß finden und ich glaube, dieses Maß wurde da nicht gefunden und wenn du mir dann auch die Situation im Stadion selbst stellst, wo du halt sagst, naja, das ist auch wirklich eine gefährliche Situation für den einen oder anderen, der einfach nur da steht und wenn dann so geistig umnachtete, ordnet er da auch im Lauf, also das ist wirklich, das ist bitter, also mich letztendlich ein Stück weit sprachlos zurück, dass ich nicht gedacht hätte, dass das auf Sagen Pauli auch so ist, aber auch da scheint der Überforderungsgrad recht hoch zu sein. Unbedingt und man sieht auch, dass es im Endeffekt anscheinend für die Ordnungskräfte oder für die Entscheidungsträger auch in dieser Situation viel einfacher ist, eine Kollektivbehandlung durchzuführen, denn alle, lieber alle in einem, ja ich sag mal, ja, Bulg oder in einer Gruppierung an die S-Bahn-Station oder an den Hauptbahnhof zu bringen und dann wird es ja so oder so, ob die Leute dann im Zug sind oder wieder aussteigen oder was weiß ich, was da dann passiert, ist ja auch immer die Frage, aber zumindest erst mal weg vom Stadion, da merkst du und das ist genau das, was wir ja immer bemängeln, dass diese Kollektivstrafen oder diese Kollektivbehandlungen eigentlich nur darauf zurückzuführen sind, dass die Leute zu faul sind oder es anders nicht hinbekommen, warum auch immer, da individuell auch auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen. Es zieht sich ja durch alle Bereiche und wie oft haben wir schon hier über Kollektivbehandlung vielleicht hieß es auch, oh die Frankfurter, die sind so gefährlich, da müsst ihr gucken, entweder müsst ihr da Einzelne rausnehmen oder ihr müsst die Gesamt erstmal einen Bahnhof und dann gucken, was da passiert. Das ist vielleicht einfacher, ist vielleicht für die Ordnungskräfte und die Einsatzkräfte deutlich einfacher und dann wird das so gemacht. Ist natürlich schade, dass es dann so Auswirkungen hat, dass erstens der ganze Abend gelaufen ist, dass das schwierig ist. Das ist natürlich dann auf diese Einzelschicksale wird überhaupt keine Rücksicht genommen und dass eigentlich dann immer es dann ja auch nur so eine Behandlung gibt, weil ein paar Chaoten irgendwann mal ausgerastet sind und dadurch der Ruf vielleicht komplett versaut ist, nicht nur international, sondern vielleicht dann auch eben deutschlandweit, ist natürlich schade und zeigt einfach nur, dass das System total zum Kotzen ist. Aber schön, vielen Dank Basti für die Aufklärung, war mir auch so nicht bekannt. Aber geil, du hast ja voll die Überleitung geliefert von Kollektivdrachen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon bei dem Umgang mit Fans in Maaßen sind, kommen wir zu der nächsten Thematik, wie ja heute bekannt wurde, gibt es für das am Donnerstag stattfindende Auswärtsspiel in der Euroleague in Lüttich ein dreitägiges Aufenthaltsverbot für Eintracht-Fans im Stadtbereich von Lüttich und wie er jetzt auch bekannt wurde oder wie Basti zumindest irgendwie vorhin erwähnte, ich hatte es noch nicht gelesen, ist es ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwie spontan entschieden wurde, sondern es wurde halt jetzt nur spontan kommuniziert. Den eigentlichen Antrag dafür, die Eintracht-Fans dort nicht in den Stadtbereich zu lassen, wurde schon vor knapp zwei Wochen, drei Wochen irgendwie sowas in der Richtung gestellt. Also kurz nach der Aktion in Gemarisch, noch bevor das UEFA-Urteil tatsächlich verkündet wurde, dass es einen Fanausschluss gibt, hat man schon mal vorsorglich gesagt, sagt ja, egal wie, in den Stadtbereich lassen, was er nicht. Ach krass, okay, weil das widerspricht ja völlig dem auch, die Eintracht, beziehungsweise Hellmann hatte sich ja, glaube ich, noch mal geäußert gehabt und hat gesagt, ja, es ist durch diese Kurzfristigkeit der Strafe und dieses Ausschluss, es kann auch juristische Mittel nicht mehr eingesetzt werden. Rate mal, warum der Eintracht das Schreiben auch erst so kurzfristig zugestellt wurde. Und das ist krass. Okay, das ist ja wirklich, das ist ja dann eigentlich schon wieder eine Frechheit, das so zu machen, aber gut, es ist typisch, dass das dann so durchgesetzt wird wieder. Ist auf jeden Fall mega zum Kotzen, weil es ja auch für Leute nicht nur, ist ab heute jetzt direkt, also nicht mal für die, die morgen zum Spiel irgendwie nur anreisen, sondern irgendwie ab heute Mittag. Ab sofort, ab sofort ist einschließlich Freitag. Es ist, also ehrlich gesagt, bei allem Respekt, in welcher Welt leben wir. Wohl, was für Zeiten leben wir eigentlich, dass Fußballfans tatsächlich so behandelt werden in allen Bereichen? Also Leute, was ist los gerade? Also was für Selbstverständlichkeiten mit Fußballfans abgezogen werden, das kann nicht sein. Also ich bin, ganz ehrlich, was ist denn los? Also ich verstehe es nicht. Ich meine, da kommen doch jetzt keine marodierenden Menschenmörder, ja, das sind immer noch Fußballfans und der allergrößte Bereich oder der allergrößte Teil von den Leuten, die haben einfach Bock, die 250 Kilometer zu fahren und ein bisschen lötiger Waffel zu essen und auch vielleicht sich das eine oder andere schon belgische Bier zu gönnen, aber halt auch nicht mehr. Ich verstehe das einfach nicht und ich finde es auch, ehrlich gesagt, diese Gesamtbestrafung im Vorhinein richtig, richtig absurd, dass du halt sagst, okay, es gibt halt diese Strafen im Stadion selbst, ja, whatever, müssen wir jetzt mit arbeiten, können wir nicht bestimmen. Das aber, du eigentlich Personen penalisierst, die überhaupt nichts gemacht haben, also das finde ich, das finde ich absurd und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das überhaupt mit den europäischen, ja, also mit dem deutschen Grundgesetz beziehungsweise mit den europäischen Grundrechten überhaupt auch zu vereinbaren ist. Wahrscheinlich nicht. Nee, also das reicht auf Vollzügigkeit. Das ist denen scheißegal, weil es dann vorbei ist und dann, ja. Ist das dann nicht wieder irgendwie so, in Anführungszeichen, Hausrecht, dass die Stadt sagen kann, wir wollen euch hier nicht haben, ich könnte mir sogar sowas vorstellen, dass das eher dadurch für ihn gesetzt wird. Das ist doch ein öffentlicher Platz, also das ist jetzt sicherlich in einem Stadion irgendwie, wo du dann sagst, okay, das ist irgendwie eine geschlossene Veranstaltung, deswegen hast du ja Tickets und Eintrittsgelder und so weiter. Da kannst du das mit Sicherheit irgendwie sagen, aber eine Stadt ist ja ein öffentlicher Ort. Ja, also ich meine, das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, genau das, was du gerade gesagt hast, juristisch zu setzen. Ich glaube, das funktioniert in dem Maßen nicht, aber hier geht es halt um die Grundfreiheit in der EU und da geht es halt auch um die Personenfreiheit, dass du normalerweise als Unionsbürger halt dich auch in diesem Bereich frei bewegen kannst. Inwiefern eine Stadt das dann halt einschränken kann. Wir sind alle hier keine juristischen Experten, aber die Tatsache, dass es überhaupt jetzt gemacht wird, finde ich aufgrund einer, ja, also nicht näher bestimmten Gefährdungslage doch reichlich abstrakt und einigermaßen absurd. Ja, aber wenn man das mal weiterspricht, ganz ehrlich, wo fängt es an, wo hört es auf? Also wo, dann kannst du ja irgendwann sagen, ja, das will ich auch nicht mehr und du besitzt das da, dann, du darfst auch nicht mehr hier reinkommen, also wo fängt das dann an? Also da kann man sich einige Szenarien vorstellen, dass man sagt, nö, das ist hier eine Gefährdungslage, wir erlauben jetzt Gruppe XY nicht mehr da und dahin zu reisen. Also das ist jetzt ein kleiner Teil, wir werden es auch alle überleben. Ich sage nur, dass das überhaupt so gemacht wird, ist eigentlich was, was wirklich bedenklich ist, weil wenn das auf andere Bereiche übergreift, dann will ich nicht wissen, was abgeht. Also was ist denn los, Alter? Was für Rechte eingeschränkt werden können wegen Fußball? Und ganz ehrlich, mich nervt das auch weiterhin, dass dieser Fußball auch von deutschen Medien so dämonisiert wird, als wenn hier jeden Spieltag Menschen ums Leben kommen würden. Was für Probleme wir hier haben, in Europa allgemein und mit was für einer Intensität sich aber um Fußballfans gekümmert wird und wie sich an denen abgearbeitet wird. Das steht in keinem Verhältnis. Nochmal, jeden Twitter-Empörerer, der jetzt sagt, natürlich gibt es im Fußball Probleme, aber irgendwann muss man dann mal ein Maß reinkriegen, weil hier ist eine Grenze überschritten einfach. Zu sagen, du hast das Gefühl, mit Fußballfans kann man alles machen, weil es gesellschaftlicher Konsens mittlerweile ist, auch dank der Medien, ja, Fußballfans, die werde schon was gemacht haben. Das ist ja nicht umsonst, dass sie da und das und das nicht dürfen. Was ist denn das für eine Rechtsaufwaltung, was ist denn das für eine Einstellung vom Leben, wenn man das alles akzeptiert? So, die werden schon was gemacht haben, das sind ja Fußballfans, die die randalieren. Das ist brandgefährlich, Leute. Wenn Leute so leicht von solchen Sachen zu überzeugen sind, dann kann ich die auch von anderen Sachen überzeugen. Also, was ist denn los? Diese tendenziöse Berichterstattung, egal was es ist, Fußball, die hier randalen, natürlich gibt es bei einem Spiel wie Union gegen Hertha solche Szenen, die keiner sehen will. Was für ein Bohai danach gemacht wird, steht für mich trotzdem in keinem Verhältnis zu Sachen, wo schlimmere Dinge passieren und wo tiefere politischere Probleme bestehen, wo tatsächlich gar nichts gemacht wird. Das ist richtig. krank. Das ist tatsächlich krank, das steht in keinem Verhältnis mehr und hat solche Auswüchse, dass das einfach so ist, ja, dann darfst du halt da nicht hinfahren. Ja, dann musst du halt zwei Stunden da warten. Ja, dann musst du das. Hab ich irgendwas gemacht? Ich weiß, die meisten werden es mir nicht glauben. Im Moment wurde noch nie polizeilich irgendwo aktenkundig. Warum muss ich denn hier und hier die Einschränkung haben? Nur weil irgendwelche Leute zu Hause sitzen, die haben die Fußballfels, die werden schon was gemacht haben, lass dich das mal durchsetzen. Schon gut, dass die Polizei, wir brauchen noch mehr Polizei. Könnte Rainer Wendt nicht noch mal was dazu sagen. Was ist denn los hier? Ich verstehe es tatsächlich nicht, dass das nicht aufhört, sondern das wird nur noch schlimmer. Das ist mehr, wirklich Medien, die ich eigentlich ganz normal einschätzen würde, machen das mit. Und du siehst es ja auch. Und ja, und da, und das muss, und da muss was getan werden. Und wenn du dann immer mal, ein Jahr später liest man dann die Statistiken, so ein Jahr später, ja, es gab so und so viele Leute verletzt im Steuern, das sind 0,00 was weiß ich Prozent. Und von diesen Verletzungen werden, die Hälfte wird doppelt gezählt, weil das irgendwo zweimal aktenkundig wird. Und die meisten Verletzten sind Polizisten, die durch ihr eigenes Tränengas verletzt wurden. Ja, oder Menschen, die durch Polizisten verletzt wurden. Dann ist es aber völlig egal. Aber natürlich am besten, besten sperren die alle Eintracht-Fans Hausarreste am besten noch, damit du gar nicht rauskommst. Das ist die nächste Stufe, dass jeder in seinem Haus bleibt, muss solange die Eintracht spielen. Melde, melde. Sag mal, was ist denn los, alle? Langsam nervt es mich. Und wir müssen, Marvin hat es vorhin gesagt, und man muss diese Sachen trotzdem hochhalten. Weil umso mehr man, umso öfter man das erfährt, umso normaler wird es ja auch für einen selber. Das sollte es aber nicht sein. Es kann nicht normal sein, dass einfach so Sachen passieren wie, ja, du wirst jetzt auf jeden Fall kollektiv bestraft, weil du kennst bestimmt jemanden, der auch was damit zu tun hat. Ich kapiere nicht, dass da nicht einer Bock hat, das zu lösen. Und mittlerweile fehlt mir auch der Glaube, dass das überhaupt gewollt ist, dass man das löst. Nee, ich glaube, das ist einfach so, weil das den im gewissen, weiß ich nicht, gewissen Sachen passt der Szenen einfach in den Kram, damit die das für irgendwelche politischen Agendas nutzen können. Das fuckt mich ab. Und das wird ganz ehrlich, ein kleiner Spoiler an die Leute, die sowas machen, das wird die Lage mit Sicherheit nicht verbessern. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Nee, das wird überhaupt nicht verbessern. Sorry, sorry, sorry. Nein, nein, du hast voll gemeint. Alles komplett richtig. Nee, du hast überhaupt nicht, das wird überhaupt nichts verbessern. Und mich ärgert das ein Stück weit, diese Verallgemeinungen, werden uns alle nicht helfen. Und ich finde, es ist vollkommen okay, wenn man sagt, man hat einen konkreten Tatbestand, dann schaut man, wie man dabei umgeht. Aber halt diese, diese allgemeinen Strafen, die finde ich traurig und nehmen uns halt ein Stück weit von, ich soll nicht immer Stück weit sagen, aber die nehmen uns halt echt einiges weg von den Freiheiten, die wir zum Glück haben und die auch aber EU-rechtlich verbrieft sind. Und wenn dann, guck mal, was soll denn der 50-jährige Typ machen, der gesagt hat, na gut, okay, wir können natürlich fahren, aber ich gucke mir ein bisschen die Stadt an und dann ist eine schöne Zeit. Ja, was ist denn los? Da gibt es ja auch Buchungen, der darf da jetzt auch nicht hin, weil er Eintracht fern ist. Also da stellt sich natürlich auch immer die Frage der Rechtsdurchsetzung, was jetzt dann genau passieren soll. Also wenn er jetzt keine Klamotten trägt, ich weiß nicht, wenn er Deutsch spricht oder Hessisch spricht, wird er vielleicht blöd angeguckt, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er keine Lütticher Zuckerwaffe bekommt, hoffe ich mal. Ja, Marvin, wie willst du das überprüfen? Das frage ich mich. Keine Ahnung. Auch, weil das ist ja eigentlich genau dieses Problem, dass auch bei diesen ganzen Buchungen online, wenn du jetzt hier, stell dir mal vor, du bist Lüttich-Fan, ne, du bist ein Deutscher, du bist einfach Lüttich, ist halt einfach so und will zu Lüttich ins Stadion, kann ich kein Spiel, erstens ich darf es nicht besuchen, wenn ich dabei erwischt werde, ich kann die Karten online nicht kaufen, weil gesagt wird, nein, Deutscher, pass, du musst Fan von Eintracht sein oder sonstiges, du willst das nur umgehen und sowas, das ist doch alles Kacke, das ist doch durchgehend Kacke und das müsste doch eigentlich allen auch zu denken geben und da kriegst du auch eine viel größere Masse, vielleicht auch auf deine Seite für diese Argumentation, was ist das für ein Mist, jeder, der momentan als Deutscher nach Lüttich fahren will, in diesen zwei Tagen, wird da gegängelt, muss sich rechtfertigen, muss hoffen, dass er kein Stadtverbot bekommt, nicht ausgewiesen wird und wenn es ganz blöd läuft, kriegt er eine Geldstrafe und wird sogar für die Zeit, bis es fertig ist, inhaftiert. Das kannst du nämlich alles machen, wenn du im Endeffekt dann denkst, wenn dich aufregst, denkst du, was willst du von mir oder es dann auch noch teilweise Sprachbarrieren gibt, es soll es ja geben, nein, aber es ist wirklich schwierig und das finde ich einfach total zum Kotzen. Wenn du sagst, oh, alle aktenkundigen Frankfurter Fans, die jetzt hier aufgefallen sind, wir haben Angst, Dings, dann würde man doch sagen, das ist zwar total scheiße, was ihr da macht, aber naja gut, dann, die haben halt mal Mist gemacht und dann seid ihr hier, das ist schon nicht okay, aber das andere ist ja noch viel größerer Wahnsinn, was ist das für ein Schwachsinn, weil wirklich Leute, die überhaupt nichts, nicht mal vielleicht was mit Fußball zu tun haben, wenn da vielleicht jetzt, ja, sind da betroffen, das ist doch, da merkst du, das schießt sowas von weit übers Ziel hinaus und das ist eigentlich das, wo du jedem, der auch keinen Fußballfan ist, der sagt, ach ihr Fußballfan, ihr macht doch immer was und dann ist das schon gerechtfertigt, dass ihr alle nicht fahren dürft, ihr dürft alle nicht fahren, keine, kein Deutscher, mit deutschem Pass wirst du auf jeden Fall in dem Fall da keinen Spaß haben. Ja, aber da wird sich dann von den Deutschen, die dann einfach nur vielleicht irgendwie tatsächlich zum Waffelessen dahin fahren wollen, da wird sich keiner hinstellen und wird sagen, diese blöde Stadt, die lassen mich nicht hier rein, sondern die stellen sich dann hin und sagen, wegen den blöden Fußballfans, darf ich hier nicht hin, um meine Waffel zu essen. Siehst du, und da kommen wir zu dem schlimmsten Punkt, den solche Debatten und solche Sachen einfach nach sich ziehen, das ist dann diese Spaltung von Leuten, die eigentlich gar keinen Streit haben. Ja, ja, da wird künstlich ein Streit heraufbeschworen, den es vorher nicht gab. Und wie Marvin sagt, natürlich sagen wir doch hier nicht, dass man einzelne Straftaten nicht bestrafen soll. Es gibt ganz normale, wenn du dann halt, wenn, wenn, wenn dann Eintragfenster nach Lüttich fahren und wir randalieren da, dann gehe ich davon aus, dass es da eine Polizei ist, dann können die die verhaften. So, fertig. Ja, genau. Aber in anderen Lebensbereichen auch, was ist denn, was ist denn, wenn wir wirklich, und wir haben es ja schon oft gesagt, was ist denn, wenn du diese Logik, und wir gehen ja jetzt, und wir müssen es auch mal trennen. Natürlich ist es was anderes, wenn ein Verein sagt, hört mal zu, oder eine UEFA, die einen Wettbewerb veranstaltet, sagt, nee, das ist unser Wettbewerb, hier ist unser Hausrecht, bla bla bla, ihr dürft hier nicht hin. Können wir uns aufregen, können wir nichts machen, können sagen, gut, zur Not können wir unseren eigenen Wettbewerb veranstalten und das auch. Hier reden wir aber nicht über, über irgendwelche Wettbewerbe, sondern hier reden wir über Städte. Fast schon Länder, wer weiß, was, hab dich an der Grenze überhaupt mit Frankfurter Kennzeichen überhaupt nach Belgien lassen. Das ist eine Dimension, ganz ehrlich, das geht zu weit, fertig, aus. Und Leute, seid doch cool und macht ein cooles Public Viewing in der Stadt, da können das auch konfirmieren, dass die Leute sind, genau, das ist doch eigentlich was, das hab ich auch noch nie, immer, es war doch klar, Leute, wir haben das doch gesehen, die Strafe wurde ausgesprochen, da war mir so klar, und wir hatten auch in den Chats, und Marvin, du weißt ja auch noch, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, gehabt, es war doch klar, dass ein Stadtverbot kommt, weil sie Angst haben, dass die Leute trotzdem hinfahren, da alles auseinandernehmen, jetzt aus Trotz, weil die Frankfurter Fans ja immer so sind, bla bla, ne, also so ein Irrsinn, ne, frag mich eigentlich, ob es da Präzedenzfälle gibt, gab es das mal, dass Fußballfans eine komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, also wirklich jetzt, ganz bestimmt schon, aber, ich weiß nicht, ich kann es mir in modernen Zeiten, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, ja, das ist halt, in modernen wahrscheinlich nicht mehr aktuell, aber liebe Leute, wenn ihr uns zuhört, und ihr ein gutes Beispiel habt, dann schickt es uns mal hier per Tweet oder so, ich kann es mir jetzt persönlich erst mal nicht vorstellen, es gab immer mal wieder Randale und so, das ist klar, aber in diesem Maße, naja, es lässt uns ratlos zurück, die Frage ist halt, Basti, du wirst jetzt dann wahrscheinlich auch nicht hinfahren, ne? Weiß es noch nicht. Ja, mal gucken, mein Fahrer hat auf jeden Fall sich davon nicht abbringen lassen, ich bin momentan alleine mit meinem Vorhaben, dort hinzufahren, alleine ist es nicht ganz so spannend. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen, Dennis, ihr hattet ja eigentlich auch vor, da, was hattet ihr vor, ihr wolltet eigentlich eine Zugtour machen, ne? Ja, ja, also es ist wohl, fällt aus, also auf diese Gängelei und Co., dann auch da mit Kontrolle am Bahnhof und so weiter, das ist, also wir haben jetzt gesagt, wir fahren auch nicht. Okay, und es gibt da Ersatz oder fällt das alles ersatzlos aus? Also, die Tickets und so weiter, falls noch jemand Interesse haben sollte, wir haben zwar einen Storno-Antrag im Sinne von, die Deutsche Bahn storniert ja die Tickets auch nicht, wenn du so kurzfristig kriegst, eigentlich keinen Ersatz dafür, wäre vielleicht sogar die Möglichkeit, noch Leuten Tickets zu geben, aber wie gesagt, nach dem Ganzen, ich weiß nicht, also gerne nochmal melden, ich kann auch nochmal die Antwort weitergeben. Wann werde ich auch nochmal gesagt, da melde ich mich doch gerade, wann, wann, also ein Ticket, ja, ja, also kannst du auf jeden Fall, der Manuel hatte das damals gebucht gehabt, für, ich glaube, sechs Leute und da wäre bestimmt noch was, was zu machen, was die, ich spreche mir nach dem Podcast nochmal. Schrei mir da mal. Falls die Leute zuhören, die mit mir dahin fangen wollen, wenn ich euch. Eigentlich hat was dir ja recht, eigentlich jetzt zu sagen, von wegen, oh, jetzt haben wir aber Schiss und so weiter, ist eigentlich ja genau das, was sie bezwecken. Das Gegenstück müsste eigentlich passieren, nämlich, dass man ganz friedlich, in großen Mengen jetzt da hinfährt und sagt, Ja, aber selbst das garantiert dir nicht, dass die dich dann einfach festsetzen, dann hast du irgendeinen Scheiß an der Backe, was weiß ich, was mir dann passiert, dann hocke ich da irgendwie einen Tag rum. Du wirst ausgewischt, du wirst wahrscheinlich wieder an die Grenze gefahren oder zu deinem Zug und dann, ja, ich nehme den Zug weg, geh weg. Ja, ja, klar. 600 Euro zahlen, was weiß ich. Taxi gewöhnt. Gott. Krass, dann sag ich, ich habe aber hier noch so einen 5 Euro Free-Naugo-Schein, den würde ich gerne einlösen. Hier, nimm meine Sanifair-Pongs und lass mich nicht zuhören. Ja, aber es ist echt krass. Es ist schon einfach krass, wenn man sich das vor Augen führt, was da einfach so mal gemacht wird. Ja. Ohne, ohne tatsächlich jetzt einen Grund zu haben, du wirst einfach vor Vorurteil, das wird vorausgesetzt, dass du die Stadt niederbrennen wirst, wenn du da vor Ort bist und deswegen darfst du nicht hin, das ist totaler Wahnsinn. Es ist traurig, weil wir nicht, wir haben nicht so viele garantierte Spiele, ja, das wissen es halt nicht, wir wissen nicht genau, wie es noch läuft. Es kann jetzt natürlich der nächste Schritt sein, wir können mal kurz zum Sportlichen übergehen, weil das ist ja das nächste Spiel. Ja, korrekt. Und da, und da zeigt sich natürlich auch, dass es alles andere als einfach wird. Ich meine, nur weil wir jetzt, und wir haben ein wunderbar geiles Spiel gehabt gegen die Bayern, aber es ist halt einfach noch was ganz anderes, jetzt natürlich nach Lüttich zu fahren. Ich stelle mir auch ein bisschen schwierig vor, dass die Stimmung wahrscheinlich nicht ganz so schlecht sein wird, weil die Heimfans sind ja da. Die Heimfans sind da, die werden da ordentlich Lärm machen. Gut, Lüttich hat jetzt im Hinspiel auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber dass die prinzipiell erst mal Fußball spielen können, ist jetzt auch nicht total neu. Also da wird man sich schon ein bisschen strecken müssen, um da das Ding irgendwie festzumachen, zumal sie ja im Hinspiel auch noch dieses blöde Auswärtstor bekommen haben, was ihnen dann halt auch im Zweifelsfall dann da irgendwie wieder hilft, wenn es dann wieder auf direkte Vergleiche und so weiter ankommt. Ja, dieses Auswärtstor ist tatsächlich echt ein bisschen so runtergegangen. Das ist eigentlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil das tatsächlich auf diesen direkten Vergleich wahrscheinlich hinauslaufen wird. Da kann uns das echt noch zum Verhängnis werden. Das ist echt das Ärgerlichste von allem, weil ich meine, natürlich Sieg war klasse. Wenn das nicht gefallen, hättest du da getroffen, hätten die vier Tore machen müssen. Genau. Ja, Es ist dann halt wieder eine andere Geschichte. So musst du dann jetzt doch, wie gesagt, Leute einfach nicht verlieren und gut ist. Ja, das wäre natürlich das Optimum und das ist ja auch nach wie vor drin. Ja, also wie gesagt, die Eintracht hat ja durchaus gezeigt, dass in Spielen, wo durchaus es auch so ein bisschen um die sprichwörtliche Wurst geht, in der Lage ist, da auch mal ordentlich noch eine Schippe irgendwie draufzulegen. Aber die Grundvoraussetzungen sind jetzt auch nicht die Einfachsten. Ja, ja, aber gut. Ja, natürlich sind sie nicht die Einfachsten, aber ich meine, das ist alles mehr als möglich. Die Eintracht muss aber wieder sehen und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, also es wird jetzt kein Leistungstief jetzt geben, nur weil man jetzt mal gegen die Bayern 5-1 gewonnen hat. Die müssen das Spiel aber einfach neu annehmen und wie seht ihr das? Könnt ihr euch da vorstellen, dass es dann systemische Wechsel gibt? Werden wir dann jemand anderes auf dem Platz sehen oder werden wir, zum Beispiel, wir haben jetzt ohne Hasebe gespielt, werden wir weiter ohne Hasebe spielen oder ist das eine Person, die jetzt wieder reinrotiert? Würdet ihr reinrotieren oder würdet ihr die Mannschaft so lassen? Also ich fand gerade die Abwehr, obwohl er ja vorher immer wieder auch gesagt hat, nachdem er ja auch in Pressekonferenzen drauf angesprochen wurde, wo er immer wieder gesagt hat, wenn ich einen Rechtsfuß habe, werde ich nie irgendwie Linksfuß da auf die Seite stellen. Das hat sich ja jetzt dann mit der Variante Hinteregger mehr in der Mitte, ein dicker Links und Abraham war es dann auf Rechts, hat sich das ja eigentlich irgendwie ganz gut gelöst und ich muss sagen, dass mir diese Abwehr sehr gut gefallen hat. Also wenn man da jetzt nicht bewusst drauf geachtet hat, ist das jetzt gar nicht so immens erst mal aufgefallen, dass in den letzten Spielen da Hasebe nicht dabei war. In den letzten Spielen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das mit Hasebe auch so ein kleiner Kniff war, zu sagen, okay, Hinteregger soll gegen Liga Wandowski brettern die ganze Zeit, weil das halt der wirklich der einzige Stürmer ist. Und ich glaube trotzdem, dass Hasebe weiterhin, ich glaube gerade für so ein Spiel wäre wichtig, meiner Meinung nach. Weil er einer ist, der kann auch mal dann so ein bisschen Ruhe da reinbringen. Also das, weil eigentlich wollen wir ja gar nicht so ein Spiel wie gegen Bayern haben. Wir wollen ja eigentlich dort kein Spiel haben, was die ganze Zeit gepowert wird. Ja, kein Haya. Du musst die ganze Zeit mit der Defensive wieder gegenpowern, sondern eher so einen ruhigen Hasebe da hinten, der ab und zu mal vielleicht mal auf den Ball tritt und sagt, chill, 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 wir können erst mal gucken, was die uns anbieten. Also ich würde Hasebe wieder reintun, so vom Gefühl her. War denn Hasebe wirklich fit? Weil irgendwo hatte ich gelesen, dass er so ein bisschen Nachwirkungen jetzt doch noch mal von der Gehirnerschüttung hatte und das auch sozusagen beim Spiel gegen Pauli, ein bisschen sozusagen zu Problemen führt und das halt jetzt einfach dann eventuell eher auch so ein bisschen geschont wurde. Habt ihr da auch irgendwas mitbekommen? Oder ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Doch, Hütte hat gemeint, dass Hasebe zu ihm kam und gesagt hat, er ist nicht 100 Prozent fit. Ja, stimmt. Ja, aber das ist ein guter Punkt, Dennis. Also im Endeffekt muss man halt sehen, wenn er sich immer noch nicht 100 Prozentig fühlt, dann haben wir jetzt zum Glück die Option. Ich denke aber auch, dass es gar nicht so verkehrt ist, jetzt mal wieder Hasebe reinzustellen. Ja, also muss man sehen. Also ich finde es aber ganz gut, diese Rotation kannst du gegen Lüttich machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Hasebe gerade für so ein Spiel auch diese nötige Ruhe reinbringt. Ich würde viel eher weiter vorne halt relativ wenig wechseln. Da finde ich dieses Grad wichtig und gut, dass wir zum Beispiel mit Kostic wieder einen Spieler haben, der jetzt 100 Prozentig wieder zu seinem alten Trott zurückgefunden hat. Man kann überlegen, ob man Fernandes draußen lässt, weiß ich nicht, aber So und Rode würde ich zum Beispiel auch einfach erstmal drückweit. Die würde ich auf jeden Fall drinnen lassen. Auf jeden Fall weiterspielen lassen. Und da kostet er ebenfalls. Also für mich ist nur die Frage, ob man Fernandes rausnimmt, dafür jemand anderes rein. Und auch vorne. Aber wen würdest du denn alternativ dann, wenn du einen Fernandes rausnimmst, dann einen Core? Ja, Core könnte ich mir überlegen. Also, weil das halt so ein Transfer war, der halt auch viel Geld gekostet hat. Und dann vielleicht nur, ob du das hier lassen solltest. Ja, ansonsten. Der ja auch keine schlechten Spiele so in der Art gemacht hat. Also er ist ja auf der Position, kann er ja durchaus diesen Abräumer auch ganz gut spielen. Genau. Und dann halt maximal und Pacienza und Dost kann man auch beide spielen. Ja, definitiv. Also die würde ich auf jeden Fall gerne sehen wollen. Am liebsten wäre mir tatsächlich noch Silva. Aber ich glaube, das kommt in der Tat für den ein bisschen zu früh. Der wird wahrscheinlich dann eher dann wieder eingewechselt. Vielleicht dann ein bisschen früher, nicht erst zur 80. sondern vielleicht schon irgendwie wie Kamada auch. Oder irgendwas. Genau. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Silva auch auf das Spiel heiß ist und dann irgendwann ab der 60. ständig irgendwie beim Trainer stehen und sagen, komm, 30 Minuten, ich kann, los, sag. Aber Pacienza und Dost ist für mich ein absolutes Muss. Die müssen da vorne gucken, die Flanken verwerten, die langen Bälle da vorne irgendwie festmachen. Zumal in Dost ja auch tatsächlich irgendwie überall auf dem Platz unterwegs ist. Ich habe irgendwie Gacinovic würde ich vielleicht auch gerne trotzdem sehen. Hinter den beiden. Ja, das ist eine schöne Idee. Statt Kamada auch. Und statt Soudan. Ja, da würde ich tatsächlich davon abhängig machen, wer eine Pause für Freiburg braucht. Weil für mich trotzdem auch Freiburg ein wichtiges Spiel ist, gerade vor der Länderspielpause. Weil du dich da in der Liga auch oben festknallen kannst. Also diese Breite, die wir zumindest im Mittelfeld haben, die sollte man zumindest irgendwie, dass man die ausnutzen kann. Zu sagen, ey, das Spiel fällt nicht ab, und Gacinovic, ich weiß nicht, was mit ihm ist, aber so ein bisschen könnte er ja jetzt wieder seine Zeit sein. Weil dieser Kamada-Hype ist so, meiner Meinung nach, trotz dieser vier Vorlagen, die er in diesen zwei Spielen hatte, so ein bisschen weg. Zu sagen, okay, er zeigt halt trotzdem an gewissen Stellen zu sehr Schwächen. Das wäre zumindest in so einem Rotationsspiel mal die Möglichkeit zu sagen, lass mal Gacinovic rein und guck mal, wie er drauf ist. Er ist ein Vater geworden, vielleicht macht ihn das ein bisschen Er war auch nicht, also in den 20 Minuten, die er gespielt hat gegen die Bayern, fand ich, hat er nochmal gut Schwung reingebracht und hat auch ein paar schöne, schöne Aktionen gehabt. Also denke schon, dass der auch definitiv für eine Halbzeit zumindest zu gebrauchen ist, ob ich ihn jetzt in die Startelf stellen würde. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, willst du da nicht eher mit doch so, der jetzt wirklich ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ihm dann einfach nochmal diesen Flow lassen und wie ihr ja auch sagt, eigentlich den Kader insgesamt so lassen, außer vielleicht die Rotation hinten in Dika raus und Hasebe rein, wirst du wahrscheinlich mit derselben Aufstellung, mit derselben Startelf erstmal wieder antreten. Mir wäre in der Tat die Kombination aus So und Rode da im Mittelfeld jetzt erstmal die, die wichtigere. Ich würde da jetzt nicht Gacinovic setzen von Anfang an. Zumal er mir im Hinspiel da auch nicht, da war er ja in der Startelf und das hat mich mehr aufgeregt als alles andere. Na gut, wir kommen zu keiner ganz klaren Einigung, aber so ist es. Naja, aber so im Großen und Ganzen ja eigentlich schon sehr ähnlich zu der Aufstellung gegen die Bayern. Ich merke gerade in dieser Diskussion von uns, dass ich richtig Respekt und fast schon Angst vor Freiburg habe. Ja, ja gut, ist auch, also ich meine, ich finde es auch gut, dass du das eben angesprochen hast, dass wir natürlich am Sonntag dann gleich das nächste schwere Spiel haben. Es ist halt einfach so, dass uns da jetzt ein ums andere Mal harte Gegner von Latz geballert werden und wie gesagt, also auch Lüttich, Lüttich wäre halt schon geil, wenn wir da ein Dreier holen, weil wenn wir das, wenn wir das schaffen, dann sind wir, haben wir die schon echt ordentlich distanziert und da kommt auch nicht mehr so viel nach. Also das wäre schon... Man kannst du vor allen Dingen in London verlieren, wovon jeder ausgeht und dann zu Hause mit einem Unentschieden gegen die Lime Reich einfach vor Weihnachten mit allen Fans zusammen nochmal feiern, dass wir wieder in Europa überwintern und das wäre schon für einen Verein wie Eintracht Frankfurt eine massive Leistung. Ja, echt mega. Das ist beides nicht zu unterschätzen, deswegen finde ich es auch so schwierig zu sagen, ah, lass mal den da rein, weil das ist wichtig. Wahnsinnig eigentlich, aber wir haben ja schon angesprochen, Länderspielpause ist zumindest für einige, dass man sagen kann, okay Leute, brettert doch jetzt diese zwei Spiele alles nochmal raus, weil es wäre so geil einfach zu sagen, okay, wenn du in Lüttich gewinnst, bist du fast schon weiter und wenn du in Freiburg gewinnst, dann hängst du fett mit drin, zumindest bis Ende der Hinrunde, glaube ich, weil danach auch ein paar Sachen kommen, die du schlagen könntest. Also das sind zwei Spiele, die ein bisschen richtungsweisend sind und wenn wir in der Vergangenheit immer über richtungsweisende Spiele gesprochen haben, waren das oft so Partien, wie erinnert ihr euch so, okay, kannst Richtung Champions League gehen, dann musst du in Leverkusen gewinnen. Kannst das passieren, dann musst du gegen den gewinnen. Jetzt reden wir darüber, du müsstest vielleicht in Lüttich und in Freiburg gewinnen. Das klingt mit ein bisschen Abstand und wenn man sich ein bisschen rauszieht aus dieser Aktualität, das klingt auf jeden Fall nicht unmöglich. Und wenn das eintritt, wäre das ein fetters Ausrufezeichen in allen Richtungen. Ja, und du musst ja auch sagen, dass Freiburg, die jetzt eine lange gute Phase haben, aber jetzt auch mal einen Unschieden gegen Bremen hatten, das hätte ja auch noch besser laufen können. Also auch die sind schlagbar, auch wenn die zu Hause relativ heimstark sind, aber auch gegen die kannst du bestehen. Wir brauchen sowieso von jemandem Angst haben. und das heißt, wenn es Hütter schafft, seine Mannschaft so in Sachen Stärke einzuteilen, dass gegen Lüttich irgendwie was geholt wird und jetzt nicht komplett alles rausgebraucht wird und du dann hast ja zum Glück ein paar Tage Zeit und dann kannst du gegen Freiburg dann weiter agieren. Ja, dann ist alles möglich und dann kommt ja dann wirklich dann die gute Pause und dann kannst du wieder ein bisschen chillen und das ist doch auch nicht verkehrt. Ja, warum ist da jetzt eigentlich schon wieder eine Länderspielpause? Nicht, dass ich mich jetzt tatsächlich darüber beschwere, weil ich glaube, die Pause kommt uns da jetzt irgendwie ganz gelegen, aber diese Frequenzen an Länderspielpausen, die nehmen auch gefühlt irgendwie zu, oder? Ich glaube, die sind immer gleich. Dann ist es wahrscheinlich einfach nur, dass ich mich immer weniger damit beschäftige und immer mehr über den Kram aufrege. Also ich meine, wie gesagt, allein weil ich sehe, wie oft die Eintracht halt spielt, finde ich das gerade gar nicht so schlimm. Ja, ich sage ja, es kommt ja prinzipiell erstmal, für uns kommt es ja gelegen, aber generell nervt mich, dass diese Länderspielpausen mehr als alles andere. Ja, ich kann es schon nachvollziehen, ja klar, logisch. Also es nimmt ja einem auch so ein bisschen die Gleichmäßigkeit und den Trott, den du dann im Optimalfall hast. Weißt du, wie dein ganzes Wochenende nicht was du machen sollst, wenn du keinen Film fliegen im Fußball gucken kannst? Genau, immerhin haben wir dann das Glück, dass wir dann die Woche drauf endlich mal wieder, also wie jetzt dieses Wochenende, Samstag 15.30 Uhr spielen, weil das war für mich, ehrlich gesagt, diese Woche ein ganz neues Gefühl. Ich war gar nicht mehr gewohnt, dass dann der Videowürfel immer Dong macht, ja, und ich dann hochgucke und mir die Ergebnisse in anderen Mannschaften anschaue, weil das hast du ja sonst nie. Also ich meine, der hat auch sehr oft Dong gemacht. Ja, gut, das Grüße nach, Grüße nach Mainz. Ja. Was habe ich mich bei diesem Spiel geärgert? Ja, also, ist aber interessant, ne? Also ich meine, da merkt man schon die Unterschiede zwischen Bayern und Mainz. In Mainz ist alles ruhig, ja, da können der Gegner, da können der Trainer auch mal 8-0 verlieren, aber ja, die haben auch andere Sorgen. Die haben auch andere Sorgen, ja. Was tippt ihr denn ergebnismäßig, wenn wir schon bei vielen Toren sind für den Donnerstag? Marvin, fang doch mal an. 3-1 für die Eintracht. Basti? Ich sag 1-1. Dennis? 1-2-1 für die Eintracht. Ich bin bei Marvin und sag auch 3-1 für die Eintracht. Und damit wäre dann quasi das Ticket für die K.O.-Runde liegt dann quasi im Warenkorb und es muss dann nur noch nach den anderen Spielen auf Bestellungen geklickt werden und dann ist das Thema quasi durch. Das wäre doch gut. Genial wäre das. Ja, Freiburg haben wir jetzt so ein bisschen ja schon angeteasert. Ich glaube, das ist jetzt auch noch ein bisschen zu weit weg, um da im Detail drauf zu gucken. Wir spielen ja am Sonntag 18 Uhr auswärts. Ich würde mich da jetzt noch nicht zu großen Prognosen hinreißen lassen, weil das einfach für mich auch sehr stark davon abhängt, wie wir da am Donnerstag auf dem Platz stehen und ob nicht vielleicht der eine oder andere dann doch nochmal irgendwie ein Päuschen mehr braucht. Von daher würde ich jetzt sagen, lassen wir das so ein bisschen außen vor. Es gibt ab Freitag dann wieder unsere Spieltagsvorschau bei den Kollegen von Spiegel Online. Da könnt ihr dann mal reingucken. Aber vielleicht mögt ihr ja trotzdem schon mal einen Tipp abgeben für den Sonntag. Ja gut, ich gucke jetzt einfach mal in die Glaskugel und sage 1-1. Basti? Ich glaube, der Einer gewinnt 2-0 da. 2-0? Okay. Es wird für Freiburg mal Zeit. Ganz ehrlich, das liegt gar nicht an der Eintracht, sondern wenn jetzt Freiburg zu Hause gegen Berlin spielen würde, würde ich auch denken, so zu denken, okay, Freiburg hat jetzt dieses eine Spiel mal drin. Also die, um die so ein bisschen zu erden wieder, was ganz normal einfach auch wäre, wo Freiburg sich glaube ich auch nicht großartig lange grämen würde. Nö, mit Sicherheit nicht. Jetzt ist die Eintracht halt da. dass sie gerade so ein bisschen über ihrem Zenit spielen. Ja, also ganz ehrlich, machen uns nichts vor. Wenn ich sage, dass die Eintracht mit einem Sieg in Freiburg fett reinbrettern könnte in die Liga, dann geht das für Freiburg genauso. Also von daher. Dennis, was sagst du? Ich sage ein 3-0 und damit ziehen wir im Endeffekt dann schön in die Champions League Regionsplätze oben ein. Mit 20 Punkten, da kann man nichts sagen. Du bist ein geiler Tüt. Aber geil, ist schon cool. Guck mal, wenn wir uns überlegen, wie viele Punkte wir schon haben. Ey, das ist richtig geiler Lauf. Wahnsinn, das ist super. 17 Punkte und jetzt kommt erst der zwölfte Spieltag. Ey, wie geil, oder? Nee, doch genau, jetzt kommt er. Elfter. Ja, genau. Jetzt kommt der Elfte. Genau, ich habe nicht so weit in die Zukunft gerade geguckt. Genau, guck mal, wenn du überlegst, nach zehn Spielen haben wir erstmal locker 17 Punkte. Ey, wie geil ist das? Und Leute, durch das Spiel gegen Bayern haben wir sogar eine Tordifferenz, also sind mit sechs im Plus. Ja, Mann. Auch im Endeffekt spielen wir ganz oben ganz gut mit. Das ist doch geil, da rollen wir jetzt noch ein bisschen bis zur Winterpause, holen wir noch ein paar Punkte und mal schauen, wie hoch wir dann sind. Ja, und dann gucken wir mal, wie es dann nach der Winterpause weitergeht. Das ist richtig geil. Also das macht mir große Freude. Ich gucke ja gar nicht so oft auf die Tabelle, wo wir stehen. Das ist mir alles relativ latte, aber so die Punktzahl, da gucke ich ganz genau drauf und da bin ich jetzt schon ziemlich zufrieden und überlegen, wo die ganzen anderen Mannschaften, die weiter unten stehen, welche Probleme die haben, wo die jetzt wieder reingerutscht sind. Augsburg, wie gesagt, immer noch der Verein, der mich am meisten ärgert, dass wir da Punkte gelassen haben, aber wenn ich nicht drüber spreche. Aber auch Köln, die haben jetzt auch schon eine taffe Zeit und da gibt es noch viel mehr und wer weiß, wie lange Favre bleibt, wenn ich gerade sehe, dass der BVB schon wieder zurückliegt. Naja, aber wir haben eine gute Zeit mit der Eintracht. Genau, wir haben eine gute Zeit mit der Eintracht. Das ist doch geil. Ich tippe übrigens 0-1, also ein 1-0 für die Eintracht in Freiburg. Sehr gut. Dann sind wir mit den aktuellen Spielen und Dingen durch und müssen ein bisschen in die Vergangenheit gucken und gucken als erstes mal drauf, was denn so ehemalige Spieler von uns machen und dafür brauchen wir den Jingle und der ist hier. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich, Ja, was macht eigentlich, was macht eigentlich, was macht eigentlich, die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der, du weißt schon, wen ich meine, mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ach, dieser Jingle. Wunderbar. So, Dennis, dieses Mal hast du einen Spieler rausgesucht und ich bin mal gespannt, ob wir es erraten können. Letzte Woche hat der Marvin mir eine ganz harte Nuss da vorgeworfen. Erzählt mal, wer war es denn überhaupt letzte Woche? Ich habe tatsächlich, bin ich noch nicht dazu gekommen, nachzuhören. Wie, du bist nicht dazu gekommen, nachzuhören. Was ist denn hier bitte? Ja, 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 ja. Wer war es denn letzte Woche? René, jetzt kannst du es ja sagen. Jetzt muss ich das, jetzt muss ich das, äh, sagen. Es war Creso, Creso Jubelitsch. Oje, oje. Ich habe mich echt schwer getan, da, äh, drauf zu kommen. Creso Jubelitsch. Das ist tatsächlich eine sehr harte, das habe ich Glück gehabt, dass ich früher gehen musste. Also ich weiß gar nicht, wie viele Hinweise Marvin gegeben hat, er hatte quasi schon den kompletten Lebenslauf runtergelöst und ich kam immer noch nicht drauf. Aber ganz ehrlich, Lübetsch ist halt auch nicht. Also so schwer wird es bei mir nicht. Okay, dann bin ich gespannt. Dann schieß los. Also, wir fangen mal an. Geburtstag hat er am 28. 8. 19. 79. Heißt 40 Jahre alt. Er war von 2003 bis 2010 für die Eintracht tätig. Was können wir denn noch als kleinen Tipp machen? Er kam aus Köln. Er kam aus Köln. Bröll. Jawohl. Markus Bröll. Markus Bröll. Jawohl. Torwart, wie bekannt zu Zeiten immer im Clinch mit Uka Nikolov. Leider eigentlich ein Top-Torwart, muss man wirklich sagen. Großes Talent, meiner Meinung nach, war sehr von Verletzungen geplagt. Hat er sich nicht einmal beim Testspiel auf dem Weg in die Kabine die Schulter ausgekugelt? Und ausgefallen? Genau. Ist dann wirklich lange ausgefallen. Also, wenn du schaust, die Karriere war ja vorher, bei Köln hat er eigentlich schon die ersten zwei Spielzeiten ganz solide gespielt, ist dann aber nur noch dritter Torwart gewesen, ist dann im Sommer 2003 zur Eintracht gewechselt. Hatte da auch in der Saison, ich glaube, 2006, 2007 eigentlich eine überragende Saison gehabt. Da war er sogar der beste Bundesliga-Torhüter der Hinrunde, wurde vom Kicker-Magazin auch geehrt und ja, hat im Endeffekt ja bei uns gespielt bis zur Saison 2009, 2010 ist tatsächlich dann auch ja, leider erst mal in die Vereinslosigkeit gerutscht, hat sich da ein bisschen verzockt gehabt. Ihr habt es schon angesprochen, das war ja damals auch diese Schulterverletzung nach dem Sturz, hast du schon gesagt gerade, Basti, das war gerade in dieser letzten Saison, in der dann auch einfach der Vertrag ausgelaufen ist. Hat aber sehr, sehr viel Mist auch vorher schon gehabt, wo man gesagt hat, meine Güte, dann ein Teilriss des Sündemose-Bandes ist ja wochenlang ausgefallen und hatte sich eigentlich immer wieder an dem Akt, an der aktuellen Nummer 1, also in dem Fall Nikolov, vorbeigekämpft gehabt, ist aber dadurch dann eigentlich nie über eine Spielzeit oder über ein paar Spiele hinausgekommen, außer eben in dieser Saison 2006, 2007, wo er wirklich mal sein richtiges Potenzial ausschöpfen könnte. Mit der Vereinslosigkeit war es dann nach einem halben Jahr vorbei, da ist er nochmal zu Panionis Athen gewechselt, hatte da aber auch tatsächlich nur ein ganz kurzes Intermezzo, das war im Endeffekt, im Februar 2011 wieder hingewechselt und im Sommer war dann im Endeffekt schon wieder alles vorbei, hat auch nur ein Spiel gemacht und tatsächlich nach seiner Zeit in Athen hat er eine Lizenz zum Spielerberater gemacht und hat sich dem Fußball-Torwart-Trainertum angeschlossen, hat er tatsächlich ganze, und das ist wirklich der Wahnsinn, zwei Stationen gemacht, nämlich ab Januar 2015 war er bei den Sportfreunden Versiegen und ab September 2015 bei Alemannia Aachen und hat aber im Dezember 2015 nach 78 Tagen die Amtszeit schon wieder aufgegeben, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, bringt nichts, auch mit Schmerzen wohl noch zu tun aus seiner Spielzeit, hätte mit hohen Medikationen dagegen wirken können, hat er sich dann dagegen entschlossen. Jetzt kommt aber das eigentlich Skurrile, weshalb ich überhaupt auch gedacht habe, okay, lohnt es sich überhaupt den Spieler vorzustellen, ja, ist ja immer interessant, aber was macht heute eigentlich ein Markus Brüller, er hat dann gesagt, ach, Torwart-Trainer und Spielerberater, das bringt nichts mehr. Macht er nicht so Kulturbeutel? Ja, genau, so ist es, er macht hochwertige Kulturtaschen. Und die sind Trikotrahmen oder nicht? So ist es, genau, den hat er sich patentiert lassen, habe ich gerade gelesen, ja. Er hat ein Patent angemeldet für eine Trikothülle und zwar hat er eine transparente Trikothülle erfunden, um das aufzuhängen und Zielgruppen dafür sind Fußballkneipen, Fernshops, Sockerhallen und ja, und so weiter und so fort. Also es ist total verrückt, er sagt, das ist ein super Geschäft und er gibt auch da 100 Prozent und hat jetzt im Juli 2019, ist er in die Serienproduktion gestartet und ist jetzt Unternehmer und hat mit Fußball sonst nicht mehr viel am Ende. Mal nachgeguckt, diese, ihr könnt ja mal raten, was dieser Kulturbeutel, den du dir übrigens personalisieren kannst, was der kostet. Der muss schon viel, ich glaube, der hat so, der hat Herr Stegen einen mitgegeben für Messi und so ein Grau, das ist schon so ein hochwertiges Ding, wahrscheinlich irgendwie 200 Euro oder was. Was tippen die anderen? Okay, wenn das schon, dann wahrscheinlich 300 Euro. Marvin? Marvin mag nicht mit tippen. Ähm, 849 Euro inklusive Scheiße. Okay. Was? Was habt ihr gerade gesagt? 849 Euro kostet der Kulturbeutel. Du darfst dir aber auch ihn personalisieren, indem du deinen, einen eigenen Text und irgendwie eine Nummer auf das Ding drauf pinnen darfst. Das ist aber sehr kulturell. Das ist echt sehr kulturell. Also 849 Euro. Ja. Er hat ja sogar ein Foto auf der Webseite, wo Lionel Messi das Ding in der Hand hat. Wow. Okay. Auf dem Hotelflur abgelichtet. Das ist wahrscheinlich auch rein zufällig entstanden, dieses Bild. Ah, ich hatte den immer als sympathischen Kerl in Erinnerung. Ich sag mal so, wenn er es schafft, damit irgendwie Geld zu machen, also wenn es Leute gibt, die dir das bezahlen. Das war schon lustig. Der hat das schon gut gemacht. Ich hab den mal, also ich hab den auf paar, ich treff den ab und zu auf Geburtstagen. Das stellt eine Frage. Gibt es irgendwen, den du nun nicht auf Geburtstagen triffst? Das wäre meine Frage. Nee, aber der hatte mir das damals erzählt mit diesem Beutel. Okay. Der macht das natürlich auch mit so ein paar Leuten zusammen. Ja, das ist halt tatsächlich nicht für uns gedacht. Also das ist so, das ist so, ich glaube tatsächlich, dass das für Fußballprofis, denen ist egal. Ich glaube, die haben noch teurere Taschen, mit denen die da vor ihren Spielen irgendwie rumlaufen. Hauptsache exklusiv. Ja, das ist so ein exklusives Ding, da ist ja angeblich auch, hatten wir das dann irgendwie ganz ehrlich, ich hab's nicht genau verstanden, aber irgendwelche. Also wer das Label wissen will, ist es D versus B. Ja, ich packe mal den Link auch zu dem Trikothüllen-Shop, den hat nämlich freundlicherweise der Joe gerade eben in den Chat gepostet. Was kostet so eine Trikothülle? Äh, 34,90. Das geht eigentlich. Genau. Also ein Trikotrahmen kostet. Mit einer Aufhängung und einem Druckverschluss. Ja, ist quasi so eine, wie der jetzt schon gesagt hat, so eine durchsichtige Hülle, wo du das Trikot dann reinpacken kannst. Sieht eigentlich irgendwie ganz interessant aus. Ich sag mal so, es ist natürlich jetzt nicht, dass das man auf den ersten Blick irgendwie erwartet, aber es gibt glaube ich Fußballer, die sich nach ihrer Karriere weniger Gedanken gemacht hat. Auf jeden Fall, ja. Ja, das machen wir so. Also ich meine, er hat ja irgendwie sowohl als Spielerberater, das scheint ja noch zu laufen, diese Trikothüllen und diese Taschen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie nicht untriebig wäre und sich so ein bisschen Gedanken machen würde, womit er seinen Lebensunterhalt finanziert. Also von daher. Ja, cool. Na gut, vielleicht hat er, er sah ja immer schon ein bisschen schnieker aus als andere. Vielleicht dann macht sich das da wieder bemerkbar. Er hatte ja früher auch immer so eine schöne Assi-Palme. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war auch schön. Schöne Assi-Palme. Ich hänge die Links sowohl zum Spielerprofil als auch zu den anderen Sachen mal in die Shownotes und Dennis, dir vielen Dank für das Raussuchen des Spieles. Gerne. Gerne. So, und dann gucken wir doch mal auf den 10. Bundesligaspieltag, allerdings nicht den von dieser Saison, sondern auf den von vor 20 Jahren. Ab geht's. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Beitrag Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus. So, und dann gucken wir auf den 10. Spieltag. Letzte Woche haben wir ja demnach den 9. Spieltag besprochen, Marvin und ich. Ich hole euch noch einmal kurz ab. Wir haben da das Spiel besprochen, Eintracht gegen den FC Schalke 04, was wie diejenigen, die die Folge von letzter Woche nachgehört haben, wissen, mit einem 2-0 für Schalke ausging. Und an diesem 10. Spieltag durften wir schon recht früher, nämlich am Freitag, und zwar gegen die Arminia aus Bielefeld in Bielefeld. Und wer von euch erinnert sich noch, wie das Spiel ausgegangen ist, ohne jetzt nachzugucken? Leider schon nachgeguckt. Leider schon nachgeguckt. Das disqualifizierte ich dann leider ein bisschen. Ich hätte gedacht, also weil ich so Bielefeld-Spiele habe ich selten, so wirklich eine geile Erinnerung. Ja. Ja, wahrscheinlich war es ein dröges 0-0 oder so. Nah dran, es war ein dröges 1-1. Ah, okay, alles klar. Ich habe jetzt was ganz anderes bei Bielefeld gedacht, da hat glaube ich Michael Fink eines seiner ersten Spiele gemacht, aber das war glaube ich später. Das war glaube ich in der Tat später, genau. Allerdings da auch Menschen unterwegs, die man kennt, allerdings auch auf der anderen Seite. Wisst ihr, wer bei Bielefeld zu dem damaligen Zeitpunkt im Sturm spielte? Wow. Wann war das? Ali Day, Alter. Nee. Wann war das 2000? Wow. Stefan Kunz. Die letzte Zeit, das, warte mal, der war, Labbadia vielleicht. Labbadia, genau. Schlabbadia, Schlabbadia, ja genau. Bruno Labbadia im Sturm der Arminia. Wer war da im Tor? Äh, Koch. Oh, der Georg Koch, geiler Typ. Der Georg Koch war im Tor und Trainer war Hermann Gerland. Der Georg Koch, der Georg Koch sah auch immer so aus, wie ich mich gefühlt habe. Ja, ja, also ich, also irgendwie. Der Georg Koch sah immer so aus, als wäre er tatsächlich eigentlich direkt immer aus dem Bett gekommen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Spieler, bei dem, ich weiß es nicht, ich habe schon lange keine Bilder mehr von ihm gesehen, aber bei dem hätte ich auch denken können, okay, so nach der Karriere ist er auch schon ein bisschen winden, ein bisschen runder oder so. Das kann sein, ja, super. Das ist auch so ein Lebemann. Georg Koch. Aber irgendwie sympathisch, war ja kein schlechter Spieler, muss man sagen. War kein schlechter Spieler. Wer war da noch so bei Bielefeld? Ich kann das immer so schwer einschätzen. Die komplette Aufstellung Koch im Tor, dann in der Abwehr Peters, Klitzpera und davor Stratos. Oh, Klitzpera. Thomas Stratos. Ja, das Mittelfeld, Riedlewitz, Hofschneider, Meißner, Maul. Richtung Offensive, Weißenberger, Bagheri, der übrigens das Tor geschossen hat für Bielefeld und ganz vorne der schöne Bruno Labbadia. Ach geil, der Weißenberger, der war doch bei uns ganz spät. Markus Weißenberger. Der war, genau, der war dann später bei uns. Ja, korrekt. Geile. Siehst du mal, Markus Weißenberger, kein schlechter Mann gewesen und ich glaube auch gerade dort hat er doch, war der dort im Sturm oder war der der, ich weiß nicht, ich glaube das war so sogar seine goldene Zeit tatsächlich. Ich würde es jetzt mal eintippen von der Ausstellung her eher so als offensives Mittelfeld irgendwas in der Richtung, also nicht ganz Sturm, sondern so ein bisschen dahinter. Das weiß ich. Ja, ja. Was waren der bei uns so 2006 oder sowas? 2005, 2006. 2004 bis 2008. Ja, ja, genau, das passt. Geile, ist das nicht kein schlechtes Spiel? Die haben gar keine Bank gesessen, weil wenn Bagheri da gespielt hat, Ali da ja auch da gespielt hat. Auf der Bank Miletic, Böhme, Göktan, Ivanovic und dann wurden eingewechselt Watering, Watering, Bode und Eiswatering, Alter, was für geil Spiel. Sternkopf. 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 geil. Der Al-Sunbank-Flavor, ey. Geil, also die Bundesliga hat damals echt schon geile Typen so gehabt, muss man sagen. Allerdings. Aber mit dem einen Punkt, wie haben wir denn jetzt dann, also wir waren schon ziemlich unten in der Tabelle. Wir waren ziemlich unten in der Tabelle und wir hatten, soweit ich das gelesen habe, auch an dem Spiel durchaus ein bisschen Glück, weil das Tor für uns tatsächlich in der 90. Minute gefallen ist. Wolf, Christel, Guillaume, mit einem Kopfball. Das war dann auch eher so das glückliche Ding, wobei Bielefeld auch erst in der 56. Minute übrigens auch per Kopfball in Führung gegangen ist. Also da ging über das ganze Spiel hinweg nicht so wahnsinnig viel. Das war so ein bisschen ein Stopper für diese Negativ-Serie, wobei der eine Punkt dich dann am Ende da halt auch nicht so komplett irgendwie raus zieht. Jetzt versuche ich gerade wieder auf die Tabelle zurückzukommen. Liebe Kickerseite, könnte man bitte, danke. Wir waren dann am Ende des Spieltages auf Platz 17 mit ganzen acht Punkten, damit einen Punkt hinter Ulm und drei Punkte vor Duisburg. Drei Punkte um Ulm. Okay, ja, ich erinnere mich noch, wie mein Opa immer Guimin gesagt hat anstatt Guim, ja, das konnte er nicht so aussprechen. Also irgendwie ein merkwürdiger Fußball gewesen, aber immerhin hat er getroffen. Geil. Tabellenerster zum damaligen Zeitpunkt oder nach dem Spieltag übrigens der glorreiche FC Bayern, die an dem Tag den VfL Wolfsburg 5-0 weggefiedelt haben und Zweiter ebenfalls mit 20 Punkten Dortmund, die das schlechtere Torverhältnis hatten, die an dem Tag nur 1-1 gegen den HSV gespielt haben, der Dritter war zur damaligen Zeit. Wir haben da auch ständig freitags gespielt, oder? Wir haben da auch oft freitags gespielt, das ist in der Tat so, ja. Oh, großer Klassiker am Sonntag, Stuttgart gegen Kaiserslautern. Ja, ist schon schon spannend. Ja, okay, cool. Also da haben wir wenigstens einen Punkt abgeluchst, aber müssen wir mal sehen, ob das noch irgendwie weitergeht. Ja, da muss langsam mal hier die Kehrtwende eingeläutet werden. Vielleicht funktioniert es ja am nächsten Spieltag, den wir dann in der nächsten Folge besprechen werden. Ich kann schon mal spoilern, gegen wen wir am elften Spieltag gespielt haben, auch einer unserer Lieblingsvereine, nämlich Hertha BSC Berlin. Oh, Samstags Mittags daheim, ja. Samstags Mittags daheim, korrekt. Dennis hat schon, konnte schon wieder nicht abwarten und hat schon geguckt. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, weil der Basti hat immer über einen Spieler gesprochen, der war mir gar nicht so bekannt, der Thomas Stratthaus. Den kennst du noch gut, Basti. Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was, der war ein bisschen in Bielefeld gespielt, aber wo hat der noch gespielt? Was ist mit dem? Ich glaube, der ist ja zusammen mit dem, ja, also der scheint jetzt zusammen mit dem Koch, über den wir eben gesprochen haben, Trainer zu sein. Okay. Thomas Stratthaus hat auf jeden Fall nach seiner Zeit bei Bielefeld dann noch ein bisschen in Saarbrücken gespielt. Der war sogar, der war sogar Co-Trainer der griechischen Nationalmannschaft. Wie absurd. Ey, Alter, wie mir echt das nicht, ohne Mist, wie ich es nicht wusste, dass Giannis Amanatidis auch schon mal Trainer war. Also, ich habe jetzt gerade geguckt, weil über den Stratus bin ich zu Amanatidis gekommen und war nicht bewusst, dass Amanatidis 2016 bei Tessaladuniki mal die Interimstrainer- übernommen hat für eine Zeit. Ah, genau. Zur Saison 2019-2020 kehrte Stratus als neuer Trainer des SC Fortuna Köln in die Regionalliga West zurück. Ja, genau. Es läuft, aber es läuft nicht so gut vor dem Teil Platz 19. Bei der Fortuna? Ja. Ja, nee, es ist in der Tat richtig. Naja, gut. Also. Ja, zwei Jahre Co-Trainer unter Michael Skibbe. Guck an. Ja, die Fortuna mit Jean Löring damals noch. Alter Fußball-Granden. Ja, aber gut, ich finde es interessant, dass Stratus und Georg Koch wieder vereint sind als in der, auf der Position der Trainer. Na gut. Spannend, spannend, spannend. und dann würde ich sagen, biegen wir mal ab in Richtung Empfehlung und Gute Tat der Woche und wir haben tatsächlich auch diese Woche eine Gute Tat geschickt bekommen und ich drücke mal hier auf den Jingle-Knopf. Die Gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause und unserer Familie in unserem Umfeld im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ach ja, der Dingo, zumindest hat er bei uns immer einen Job. Kein Kommen, was wollen. Genau. So, die Gute Tat der Woche wurde uns geschickt von Andreas und es ist ein Projekt, was wir hier auch in vorangegangenen Sendungen schon mal hatten. Und zwar handelt es sich um das Projekt 200 plus. Der ein oder andere Hörer und mit Sicherheit der Benedikt, der ja alle Folgen nochmal nachhört, werden sich erinnern. Das ist ein Projekt aus einem, ja, einem privaten, ja, vereint ist es glaube ich nicht, sondern eher eben, ja, so ein privates Sachspendenprojekt. Die sammeln immer regelmäßig vor Weihnachten Geschenke für Kinder in Not. Das ist so ein privates Projekt aus der Wetterau, wo man eben quasi, ja, Geschenke abgeben kann. Es gibt so einen Zettel, den man ausfüllen kann, wo man sagen kann, okay, ist das jetzt irgendwie für welche Altersstufen, eher für Junge, eher für Mädchen. Und die sammeln die dann eben ein und geben die dann Kindern in Not quasi als Weihnachtsgeschenke. Also für Kinder, die keine Weihnachtsgeschenke bekommen, sammeln die auf freiwilliger Basis die Sachen ein. Und Andreas hatte uns gebeten, dieses Projekt zu erwähnen und wir hatten das schon mal getan. Und ich finde das nach wie vor ein sehr, sehr gutes Projekt. Ich verlinke euch die Webseite, da gibt es eine kurze FAQ, da könnt ihr euch dieses Paket-Label runterladen und da steht auch, wo ihr diese Pakete abgeben könnt, wenn ihr es nicht mit der Post checken wollt und wer sagt von wegen, ja, Kinder sollten auf jeden Fall ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, der hat jetzt bis zum 30. November war die Zeit da mitzumachen. Cool, finde ich super. Danke für den Tipp. Genau. Sehr coole Sache, auf jeden Fall. Wir verlinken es und guckt euch das mal an. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir weiter zu den Empfehlungen, da haben wir nämlich auch was geschickt bekommen und vielleicht habt ihr auch noch was. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Auch das ist nach wie vor ein sehr, sehr grandioser Jingle. Und zwar hat uns da eine Empfehlung geschickt, der Markus und er möchte noch mal das aktuelle Eintracht Magazin empfehlen. Da ist nämlich ein Interview drin mit Jan-Arge Fjordhoff, wo unter anderem auch über dieses Bayern-Spiel gesprochen wird, bei dem Tarnat im Tor stand. Marvin hatte es vorhin erwähnt und wir hatten es ja auch vor ein paar Folgen besprochen. Und da schildert er auch noch mal so ein bisschen seine Seite und man kann das Ganze ja auch mittlerweile als E-Magazin bekommen. und ich glaube sogar teilweise kann man die Beiträge aus dem Magazin sogar kostenfrei lesen. Super. Also wer Android oder Apple-Gerät hat, der kann mal da auf der Seite gucken, die App runterladen und sich dieses Interview durchlesen. Sah, mit Fjordhoff geht eh mal. Der muss auch noch mal hier in den Podcast kommen. Stimmt, stimmt. Das steht auch noch auf der Liste. Korrekt. Was habt ihr denn noch so an Empfehlungen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dennis wieder irgendwas aus der Öko-Ecke hat? Tatsächlich, tatsächlich heute mal nicht aus der Öko-Ecke, sondern heute wurde ja der Glücksatlas 2019 veröffentlicht und die Hessen haben es ja, der Glücksatlas, da wird geschaut, wo leben die glücklichsten Menschen in Deutschland oder auf der ganzen Welt im Endeffekt und das wird an verschiedenen Faktoren eben ausgemacht. Ja, wie zufrieden bist du mit deiner Situation und wie glücklich macht dich zum Beispiel ein hoher Verdienst und so weiter und die Hessen sind tatsächlich in diesem Jahr einen Rang nach vorne gesprungen auf Platz 2. Wo kann man denn bitte glücklicher sein als in Hessen? Ja, angeblich in Schleswig-Holstein, die tatsächlich zweimal in Folge jetzt schon auf Platz 1 waren. Ansonsten auf Platz 3 noch Hamburg. Aber warum sage ich eigentlich Empfehlungen oder was will ich hier empfehlen? Das Interessante bei der ganzen Sache war, dass wir alle kommt nach Hessen, genau. Nein, eigentlich muss ich empfehlen, Leute, seid glücklich und zufrieden mit dem, was ihr eigentlich habt, weil es ist überhaupt nicht zu begründen, dass wir im internationalen Ranking weit hinter zum Beispiel den skandinavischen Ländern stehen. Zum Beispiel Dänemark ist immer super glücklich und super alle sind zufrieden. Denen geht es überhaupt nicht besser als uns hier, sondern die Leute sind einfach mit der subjektiven oder objektiven Wahrnehmung viel zufriedener und sind einfach glücklicher und haben einfach mehr Bock und dementsprechend stresst euch nicht so, macht euch nicht so verrückt und sonst geht es doch allen gut. Dementsprechend meine Empfehlung diese Woche, seid glücklich, seid froh, seid zufrieden und dann lebt es doch gleich schon viel besser. Und wer nochmal sich dazu ein paar Daten angucken soll, was denn so die anderen Leute glücklich macht und vielleicht findet man sich da an der einen oder anderen Stelle auch, dem kann ich den Glücksatlas 2019 empfehlen. Da kann man so ein bisschen lesen, was die Leute eben so beantwortet haben, vielleicht sagt man stimmt, das finde ich auch toll, dass es das in Hessen gibt oder finde ich auch toll, dass es, ja, das macht mich auch glücklich. Dementsprechend schaut euch das mal an, im Endeffekt mal wieder etwas, etwas seltsame Empfehlung, vielleicht für den einen oder anderen ja ganz interessant. Sehr gut. Sehr schön. Sehr glücksatlas. Auf jeden Fall. Ja, ich habe es heute auch gelesen, insofern, ja, kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Ich denke, dass ein großen Anteil an dem Glück momentan die Eiter wahrscheinlich auch spielt, dass die ersten alle so zufrieden sind. Na ja, am Ende, wenn du dir überlegst, ich meine, guck mal, es sind ja nur 30.000 Befragte, also vielleicht wird auch nur eben Frankfurter Fan Milieu gefragt. Am Ende, ne? Nee, aber cool, freut mich. Sehr schön. Was habt ihr denn sonst noch so an Empfehlungen? Ich kann, wie immer mal, wieder in unregelmäßigen Abständen die aktuelle Elf Freunde empfehlen, gerade das Cover, was man hier in Hessen kaufen kann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo Hinteregger als 80er-Jahre-Profi Die 80er-Jahre-Geschichte mit Hinti, ja, ich sah den Trailer dazu, ja. Alleine für dieses Cover und sich das schon, das Interview mit ihm ist auch richtig geil, aber nicht nur das, sondern da sind auch andere interessante Artikel drin. Ja, er hatte irgendwie gesagt, er wäre gerne irgendwie Fußballprofi in den 80ern, weswegen sie ihn dann in so einen Nylonsportanzug gesteckt haben und Genau, ein paar Fotos mit ihm gemacht haben, aber auch das Interview mit ihm ist ganz cool. Okay. Ja, ist ganz lustig. Sehr schön. Ich habe sonst nichts mehr zu empfehlen, ich bin, nee, Basti, du hast ja hier, wir haben ja hier auch eine relativ große Audience, da können wir ja auch nochmal sagen, es geht mit einem deiner Projekte weiter, ne? Wie bitte, was? Es geht mit einem deiner Projekte weiter. Ach so, ja, sorry. Problem ist, ich weiß ja nicht ganz genau wann. Ja, weiß ich auch nicht, aber wir können ja trotzdem mal die Katze auf jeden Fall verurteilt, verurteilt geht in Season 2 auf jeden Fall. Ja, lasst euch Zeit, ich habe Season 1 noch nicht zu Ende gehört. Okay. Da können wir leider keine Rücksicht auf dich nehmen. Mann. Nee, tatsächlich geil, ja stimmt, habe ich ganz, ist ein bisschen untergegangen jetzt hier bei dem 5-1-1-8, nee, aber verurteilt geht weiter, freue ich mich sehr. Marvin hat ja da auch seine Finger drin. Das ist auf jeden Fall ein geiles Projekt, macht mir Bock und ja, wir werden auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid geben, hier auch an dieser Stelle, wenn genau der Termin feststeht, wo die erste Folge von Season 2 rauskommt. Genau, also das werden wir dann alles irgendwie nochmal in den nächsten Tagen und Wochen festzurren und du wirst mit Sicherheit noch die eine oder andere ruhige Minute haben, um die letzte Folge durchzuhören und dann starten wir dann irgendwann durch. Basti und Heike werden sich auf jeden Fall wieder viele spannende Fälle, ja, wenn ich ausdenken, da sind mir nichts ausgedacht, genau, auszupfen. Das ist neu in der zweiten Staffel, die ist in der Linken, das sieht fehl aus. Ja, ich wäre ja froh, wenn es nur die letzte wäre, es sind leider noch die letzten sechs Folgen, ich habe da so ein kleines Backlog, also von daher, wenn ihr da noch irgendwie so ein Dreivierteljahr oder irgendwas warten könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Das ist auf gar keinen Fall, das ist auf gar keinen Fall. Verdammt, es muss produziert werden, immer weiter, immer weiter. das stimmt. Also ich kann euch empfehlen, haltet euch, haltet alle Augen auf den üblichen Social Media Kanälen und dann werden wir das alles irgendwie wieder zeitnah durchgeben. Ja, apropos produziert werden, ich habe keine Empfehlung, aber ich möchte an dieser Stelle nochmal vielmals Danke sagen an unsere wunderbaren, super tollen Hörerinnen und Hörer, die zumindest dafür sorgen, dass der, die Befragung für den Podcast Glücksatlas bei uns hier in der Folge extrem hoch ausfällt. Mit all dem Support, die ihr leistet, mit den ganzen finanziellen Unterstützung, mit den Sachen, die ihr hier einsendet und ich habe auch einen aktuellen Grund, warum ich mich bedanken möchte. Ich habe es nämlich geschafft, jetzt tatsächlich mal meine Produktionsmaschine hier auszutauschen. Noch wird die Folge auf der alten Maschine produziert, aber nach sieben Jahren musste dann dieser Rechner jetzt doch langsam mal hier weichen und heute kam der neue Rechner an. Ich konnte ihn noch nicht in Betrieb nehmen, aber er wurde auch mitfinanziert mit dem Geld, was ihr hier spendet, weil wir es jetzt doch tatsächlich mal geschafft haben, uns auch mal nicht nur hier das Geld nebenzunehmen, um in Technik zu investieren, sondern auch tatsächlich im letzten Jahr mal für uns was rauszunehmen für die Zeit, die wir hier investieren. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die das möglich machen da draußen. Sehr. Das wollte ich an dieser Stelle sagen. Das ist schön, das ist schön, dass du neue Spielgeräte hast. Ja. Ich habe lange für gespart. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Musst du wissen. Ja. Noch schöner ist es, wenn es nicht nur da jetzt in dieser Kiste liegt, das hat mich heute dann doch so ein bisschen genervt. Ein Unpacking-Video hätte ich gerne noch. Ich war heute zu allem in der Lage, aber nicht zu einem Unpacking-Video. Ich sitze jetzt mittlerweile in der zwölften Stunde hier an diesem Schreibtisch mit Kopfhörern auf. Irgendwann ist einfach auch da draußen. Na gut. Na gut. Deswegen würde ich sagen, biegen wir jetzt auch dann mal auf die Schlussmeile ein. Wir wünschen den Menschen, die sich nicht irritieren lassen und am Donnerstag trotzdem nach Lüttich fahren, um da eine Waffel zu essen. Viel Spaß. Genießt den Ausflug vielleicht habt ihr die Möglichkeit, das Spiel irgendwo zu schauen. Ansonsten, wenn ihr am Sonntag auf dem Weg nach Freiburg seid, dann dort ebenfalls viel Spaß. Nächste Woche und übernächste Woche ist Länderspielpause. Ich glaube, wir müssen uns noch so ein bisschen klären, wann wir jetzt tatsächlich aufnehmen, ob direkt nächste Woche oder übernächste Woche. Da müssen wir alle noch mal in unsere Terminkalender gucken. Aber ihr könnt euch gewiss sein, wir kommen wieder, keine Frage. Und bis dahin, macht's gut. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hey, hey, es kann auch ein Bonn. Hey, hey, es kann auch ein Bonn. Hey, hey, es kann auch ein Bonn.